ich bin bei dredge field also kriegt ihr quasi gleich vorbei oder was hier hat keiner weil darum dass wir mit der zivilisation gefunden haben ja kann ich nicht nur was essen war eigentlich fände ich sehr ja oh man Na, erstmal, ich bin jetzt gerade auf der Straße, über Drudge viert, jetzt renne ich zu diesen Außenposten hin, setze hier jetzt mal in Spawnpunkt und dann versuchen wir, nach dem Tüfen dazukommen. Oh Gott, das ist heute ewig, wie ich da bin. Oh, ja, ich war, es hier gerade noch nebenbei, hab ja gesagt, ich hab auch noch was essen gehört. Nimm dies. Fransche? Nimm. Nimm gleich auf, wie eben über die Landschaft zu laufen. Wie so übel der Wald. Hm. So, also hier hab ich schon für One Wars One-Kampf auch endlich halt, wenn ich einen Baumstimmen packen kann. Boah, wer hat denn diese Pestung hier gebaut? Bin jetzt hier in diesen Außenposten angekommen, das ist kein Tor auf der Straße, sondern bin wieder daneben. Ich bin jetzt beim Außenposten, aber doch der hat die Spawnsupplies. Aber ansonsten nichts. Also du kannst die Besucher mitnehmen und Gewehr Munition, aber kein Gewehr selber. Hm. Und jeder kriegt ausreichend Waffen und Munition. Obwohl, ich hab grad einen Raketenwerk gefunden. Ich hab grad eine Ecke, wie Reni vorne war. Und wir vorbeigefahren. Ich dachte, der... Ach, da bist du hier. Ja, der ist halt grad den Raketenwerk gefunden. Oh ja. Ja. Und hier waren Ruhe. Auson. Oh, schon sitzt man im Laster. Oh, die kommt. Ich stecke dich aus und mit der Rakete den Typen weg. Wir sind soweit, die kommen jetzt und sind soweit. Lass uns laufen, oder? Ja, das geht mir fast recht schwer. Das ist ja eigentlich auf dem Fahrradplatz. Du sind Fahrradplatz. Ne, ich saß da nicht. Ein Fahrradplatz, einfach los. Geht nicht, der sitzt ja ruhig doch drauf. Lass uns auch mit einem Idiot. Hilling ist übrigens die Waffe, schlechthin. Ach, du sagst, am Tag hast du noch eine Mecker, dass die Leute nicht triffst hier auf dem Boden liegen. Ja, außer mit Shotgun, dann ist das Lingen irrelefant. Irrelefant. Absolutely. Lauf nicht so schnell, ich hab 89% Ausschusseslast. Äh. Ich hab keine Fahrstuhl mehr. Ich muss die Sofa gucken, ob man irgendwas... Die ist doch ein Stein. Alles ruhig. Das sieht ja so aus, könnte man hier wunderbar durch die Landschaft laufen. Einfach mal links, rechts ein paar Foxhulls bauen. Das sind ja total random. Lass einfach nicht stehen bleiben, dann trifft dich das Foxhull auch nicht. Irgendwie hab ich auch das Gefühl, dass es länger Nacht ist als Tag in diesem Spiel. Kommt ja nur so vor, weil die Nacht mir ankotzt. Ja. Jetzt ist dieser Typ mit dem LKW so dicht hinter uns. Ich seh das Licht schon. Also so, wie wenn du früher draußen gespielt hast. Da ging die Zeit auch viel schneller rum als in der Schule. Ja, ja. Trotzdem müsste ich... Ich bin nah dran, mit dem Raketenwerfer vorne weg zu ballern. Geben ihm noch mal ne Chance. Wobei nicht wies, wo er lang ist und jetzt erstmal eine halbe Stunde lang die Karte ist. Ich schläg jetzt einfach aus, das reicht ja schon wieder. Ein Abenteuer mit dem. Du bist da einfach nicht. Sind die mich jetzt sowieso in der Stadt. Na, die umgesetzt ist. Da bräuchte man wahrscheinlich. Vielleicht hat der B-Mars dran. Du kannst dann den grad aufbauen. Alter, was ist das hier für den Busch? Einfach durchlaufen, hoffe ich. Ist das vielleicht ein guter Plan? Vor allem mit der Pistole, ey. Ein Vogelzücher ist gut, ne? Ich hab die Vogelzücher. Du hast die Vogelzücher nicht? Ich hab die Vogelzücher. Irgendwie bist du gebackt. Mein Bildschirm ist kurz abgestürzt vorhin und dann höre ich nichts mehr. Achso. So, wollen wir durch diese Wand hier durch? Ähm. Warte mal, ich guck mal drüber. Ist keine... Ja, mach ein Loch. Obwohl, wie viel Munition hast du? Ist das nicht auf jeden Fall was cooles? Aber... Ich hab fünf Raketen bei. Ah, okay. Okay. Bitte öffnen Sie das Tor. Stabiler als gedacht? Wir wollten doch sowieso mal wissen, wie viel Raketen so eine Wand hat. Das ist ja die zweistufige Wand. Die Antwort ist drei. Okay. War bestimmt unsere Wand. Ja, aber unsere Wand, weil ich konnte sie upgraden. Ja, ich hab noch zwei Raketen. Können wir eine neue Bogen? Ist irgendwo was drin? Ja, klar. Ja. Ja, das Loch würde bestimmt niemand finden. Ist auch jetzt nicht so richtig, wo ich mich hier hinbewegen soll. Sollen wir mal zum Rad ausgucken? Hm. Aber wie viel auf jeden Grund ist es ja neutral. Da können wir uns also nicht mal ausrüsten. Hab ich mich grad vor so einem Blatt erschrocken, was hier so ernst nah an meinem Bild vorbeigeflogen ist. Ich dachte auch, das wär irgendwie immer Blut oder... Nee, nee. Ist das gleiche Blatt ihr habt? Nee, nicht, ja. Savotage? Ach, nie! Im Endeffekt sind ja über diesen beiden Köpfen von den Soldaten schwimmen wir ja als Drohnen so. 15 Meter Höhe. Hier ist zum Beispiel ein Turm von denen. Das ist ein Turm von denen? Der ist orange oben. Stimmt. Mit einer Rakete müsste der eigentlich weg sein, glaub ich. Das wär fair. So, das war die Vorlitzerrakete. Also eine Rakete macht schon Spaß. Na? Wenn man ja noch Raketen hat. So, wie viele Effekte wie könnte schwierig werden? Nee, nee. Nee, Stränder. In den Haus stehen oder in der Rakete. Da ist ein Hammer drin. Oh, komm mal da vorne ist ein Gegner. Wo? Siehst du da? Nee. Wo soll der sein? Da hab ich gerade im Visio. In dem Haus drin. Ja, bei mir ist es viel zu dunkel. Wo soll der sein? Ich hab grad so ne Silhouette gesehen. Kann ich noch nicht umklettern hier. Oh. Soll ich heute rum? Scheiße. Hat der ne Bandage bei? Seh ich nicht. Ist der tot? Ach Scheiße. Nee, hat der ne Bandage bei. Ach, ne gut. Wär ich so gestorben. Aber ein Gewehr konnte ich retten. Könntest du noch ein Raketen mit einer Kugel mitnehmen? Ich bleib jetzt erstmal hier und warte auf dich. Komisch, dass er nicht mit ihm gewählschossen hat. Hat er doch mich? Achso. Ja, die Pistole macht überhaupt keinen Schaden. Ich hab irgendwie fünf Schuss auf ihn verbraucht. Ja, ja. Dann geht's einfach mal noch eingepackt. Wenn vorhin ich dachte, ich krieg den Typen easy tot, weil ich als erstes geschossen habe, wenn er ja nicht mehr gleich da bin. Nö, nö. Ich warte jetzt hier drin, ja. Nö, ja. Kann eigentlich nicht so lange dauern mich da bin. Diesmal bin ich ja leichter bewaffnet. Vielleicht würd's ja irgendwann mal tach, dann kann man hier die ganze Sache nochmal angucken. Im Endeffekt ist das Hauskanzel nur durch die eine Ecke da rein. Kann doch irgendwie auch durchs Fenster springen. Das ist halt gleich beim... Erstmal bei Spieltarmarkt. Soll ich schaff mich in so ein Haus einzusperren. Bin ich überhaupt richtig? Bin natürlich falsch. Nö. Na, jetzt schlagen wir uns nicht die Büsche. Was hier auch machen könntest du, um richtig Leute abzufacken, mitten im Wald irgendwie eine Stacheldrahtreise ziehen. Oh, ich hab vorhin wieder auf dem zweiten Bildschirm geguckt und mich erstmal aber volles mit rein gerannt. Und in so queren Dings. Also nicht von vorne, sondern quer reingelaufen. Jawohl. Ja. Könnt' ich dann auch weiter gucken. Man muss dann einfach nur nach links drücken stellen. Ja, der Stacheldraht ist ein bisschen dolle heftig, find' ich. Also wenn wir geschossen müssen, keine Pöbel mehr da. Das ist genau das Gegenteil, hab' ich in Heroes and Tendlets argumentiert. Das Spiel ist übrigens böse dunkel für euch, ne? Deswegen fehle ich auch grad so auf, weil ich könnte es ja wieder... Warte mal kurz, Freunde. Ihr seht ja irgendwie alle Arnisch, ne? Warte mal, ich versuch's doch mal ein bisschen heller zu machen für euch. Weil, also ich sehe deutlich mehr als ihr. Warte mal, Brightness... Color Correction... Eigentlich präferiere ich ja grad einen Stellungswechsel. Ich hab mich hier auch permanent vor den Blättern erschrecke, die vor meiner Drohne fliegen. Was meinst du, wie lange brauchst du? Auch nicht lange. Oder ne Uhr, wann's solamer Tag wird, wär auch cool. Das hat er nämlich an so ne alten Hardcore-RPGs von früher, wo du nischt wusstest, wenn dir nicht ne Uhr mit irgendwie gekauft hast. Oder wo du noch die, 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 äh, die Landschaft selber zeichnen musstest, bis du den, den magischen Kartenzeichner geholt hast. Ich glaub, das war Witz, da die Simon oder so hat mein Vater immer von die schwärmt. Dass du das halbe Spiel die Scheiße selber zeichnen musstest. Was für Sachen gehabt? Kurz vor. Hm? Hat das so viel Sachen gehabt? Ja, früher, äh, äh, musste ja Schwierigkeit grad ja irgendwo anders herkommen. Ich glaub, da fanden viele Spiele auch mehr im Kopf statt noch, ne? Hm. So, wo haben wir jetzt hier reingeschmuggelt lassen, irgendwie? Um beim Mineralvorkommen, ne? Genau. Am Ende war das vielleicht doch eigentlich so schlecht, dass wir uns durch die Wand da durchgehackt haben. Weil vielleicht bewachen wir irgendwie, die haben... Richtig, die werden alle in der Mitte irgendwo anders stehen. Das biegt beim Mineral... Ach, das biegt beim Sprit, da bin ich falsch. Ah, hier ist auch ein Loch, Mensch. Doch nicht so cool gewesen von hinten ran. Ne, warte, das ist doch halt nur hier unser Loch. So, ich bin jetzt gleich bei der Munition. Fuck, da sind Gegner. Uh, du! Bist du immer noch in den Haus, da? Ja. Zur Munition sagst du, ja. Na, ich renn mal ein bisschen in Richtung... Ich teame erst mal mit dir ab hier. Das ist das Haus hier durch. Ja, ja. Ich hab nämlich draußen schon mehr Leute rumlaufen sehen. Ist das ein Panzerraketenverfahren? Ja, und da gibt man ja eine Rakete. Du hast nie wer jetzt, oder? Ja. Und hier hast du noch mal Munition für die Werfahrt zu nun hier, wer findest. So, rechts oder links? Wo war ein Gegner? Geradeaus ist die Straße hoch. Lassen wir mal hier vorne zum Mineralmwandlungsposten. Vielleicht sind da welche? Mineralhandlungsposten. Hm. Achso, kann man irgendwie die Helligkeit einstellen? Hast du das gemacht? Da bin ich hier rechts für die heute gerade gesehen. Da sind wir auf der Straße. Da sind wir noch ein Haus. Hier ist nix los. Ich stehe mal kurz an der Helligkeit rum. Kammer mal ein bisschen hochgeschraubter. Na ja, gut, hier ist keine Veränderung. Ich hab gerade im Stream ein bisschen die Kamera hochgedreht, was man da sieht. Da muss man hier in die Richtung, wenn man die sehen. Doch nicht. Ja, Waffenfabriken arbeiten auch, ja. Siehst du mal diese Qualm? Nee, kann erst gerade angeguckt. Der Kommando Einsatz wäre ein deutlich schöner, wie wir eine Schrute dabei hätten so einen Spaß. Ich hab' ich gerade gesehen. Da bin ich weggerannt. Beim Sprit. Komm, vielleicht kriegt man eine Rakete überhaupt rausgehauen, die erste. Ah, ja. Ah, Marv war da und ist wieder weg. Ist ja wieder weg. Ungefähr jetzt. Ach, abends Marv. Hab' ich den noch nicht mal richtig begrüßt, da ist er schon wieder weg. Diese Raketen einfach nicht so schwer wäre. Gern mal den Vorteil wissen, für's ducken und normal laufen. Ist es sich deine Präzision im ducken erhöht? Das hab' ich auch mal vermutet. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich schwieriger getroffen. Ja. Sie hat den Typen halt voll neu gesehen. Oh, anscheinend ist ja auch hier wirklich niemals Land. Ja, lass mal zum Rad ausgucken. Das ist weit unten, ne? Ah, da müssen wir... Hä? Ich steck mal den 10.000 Tonnen Raketenwerfer weg hier. Schau mir ist es mir hier viel zu ruhig. Hörst du nicht die Nacht die Gallen hier? Mhm. Naja. Gute Nacht. Achso, jetzt nach da an der Dingshalle vorbei. Hier bist du. Hier nochmal Dingshalle. Das irritiert das hier nochmal. Müssen wir jetzt wieder raus hier oder was? Ich dachte jetzt hier und hier hab ich keinen Weg. Also es wird überhaupt keinen Weg zu... Hä? Hä? Na angeblich laufen wir genau drauf zu, wenn wir jetzt hier dem Weg folgen. Hier ist es. Ist auch ein Gegner davor. Einer ist tot. Einer ist noch da. Der ist nach rechts gelaufen. Haben wir. Bist du? Ich hoffe du blutest nicht. Nö. Jawohl, der hat dann einen P-Buy. Der hat dann bloß nicht auf Tasche gehabt. Weil wir sie repariert haben. Haben die... Haben die Basic-Mats dann halt gerade eigentlich gesehen? Ne. Guck grad nach. So. Schlagen wir uns wieder zurück, wa? Mhm. In den Ort. Oh, ich hab ein Gewehr und jetzt äh... MP finde ich hier für den Nahkampf eigentlich ganz gut. Die Wecker ist auch in die Hand ne. Ich hab 47% auslösen lassen, hab ne MP und ein Gewehr-Buy. Nice. Jetzt kurz gucken, ob beide durchgeladen sind. Jawohl. Warst du noch Gewehr-Munition? Ähm... Hab noch zwei. Aber kannst du trotzdem droppen. Droppe ich dir mal eine. Na. Ich hab's doch nicht. Da. Danke. Kann man doch ein bisschen mehr Unterdrückungsfeuer machen denn. Hm. Ne. Geht's nicht weiter. Ach. Und ich hab nicht gesehen. Immerhin. Wesen macht ja kein Schahn. Immerhin. Ne. Wenn sich aber grad richtig verarscht fühlt haben, die Typen. Naja. Aber das denken die auch, wenn sie hier zu zweit alleine sind. Vor allem, die waren ja voll bewaffnet. Die hatten bloß grad nur die Pistolen, weil sie am Bauen waren oder so. Mal lass mal schnell den Scrap-Post, die die Materialien-Posten hier ablaufen. Ah, das ist leer hier. Schau mal ein Raketen-Werverkänzer, die ich hab' ich sehr geärgert. Guck mal, hier ist unser Loch. Sprit ist auch leer. Könntest du jetzt mal mal auf den Standeingang gucken und wer da vorbeikommt noch. Aber wahrscheinlich sind die alle dann beschäftigt ihre Posten, da ihre letztens verteilt. Und dessen können sie nach Sendwini raus. Das liegt ja echt mitten im Wald. Wie gesagt, ich finde, dass die Fabriken ja rauchen und seltsam. Ich mein' die rauchen immer. Ah, ich mein' nur, wenn die Arbeiten. Gibt's nur noch 0, oder sind Q. Ja, bei anderen nicht. Was, ein Orders in Q? Bei mir sind keine Orders in Q. Ja, sag doch, 0. Achso, ich hab' sie verstanden, irgendwas. Wird der gewesen. Wollen wir nach Norden raus und dann durch die Straße. Geh' mal weiter nach Golden Ranch. Gucken, was da passiert. Ja. Golden Ranch. Beziehungsweise, wir gehen ja erst mal diesen Skip-Posten hier noch abgucken. Auch noch kommen wir noch mit. Wenn ich das hier umhörte ist. Die Leute, die wir hier bieten haben, waren irgendwelche unbedarften Loops. So wie wir quasi? Ja. Nur mit noch weniger Plan. Weil die hatten ja offensichtlich keinen LKW auf Tasche. Vielleicht wurden die abgesetzt zum Bauen. Aber ich hab' die hatten auch keine Materialien in der Tasche. Komischerweise, wir haben die überhaupt gebaut. Hast du Material bei den gesehen? Nö. Was haben die denn da jemand? Wahrscheinlich haben sie sich wunder, wie das Ding reparieren können. Da guck mal, we only got like five six people actual helping Thunder offensive. Dann gehen wir doch dahin. Nach Thunder Road. Thunder Road. Da muss man auch noch um den links. Dann leider ein bisschen unterbewaffnet. Du bist sich so gut. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen was. Du hast die Wehren Hand, ne? Jo. Dann war dich die MP in der Tasche. Dann versuche ich durch das Gewerbenswitter wegen mehr Reichweite. Auf den Foxoi? Oh fuck! Könnt man dem Laufen? Naja. Was noch? Vakim Medic Zeug bei haben ist halt sehr schade. Naja, das ist auch sehr riskant, weil wir hier mal wissen. Ist ein Traumakit. Das wäre ja schon Premium. Weil eigentlich am besten alles an die S3 wissen einmal. Was ist das da? Ein Zauhn mit einem Nichts? Ich nehme trotzdem die Werner Hand. Kann ich gleich wieder gucken. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich glaub das jetzt sind wir hier vorbei dran. Jetzt sind ja so restliche Verteidigung. Wie gesagt, ich denke mal die sind an dem Mineralposten da. Und dann einen Tower auch vom Notfall dazu bauen oder sowas. So wie wir gestern meine ich. Ah, haben nicht mehr so viel zu tun? Das ist doch von uns. Okay. Ähm, ich weiß auch nicht ob das gerade so viel bringt hier. Wir sollten das eigentlich im BRS Tor machen. Jo, du bist jetzt der Schließmeister hier. Oh, Wasser. Auch perfekter Posten für den Hinterhalt. MG Reichweite habe ich jetzt auch rausgefunden. Also wenn du das MG siehst, wenn du so auf der Ecke drehst, dein Bildschirm. Und dann siehst du den, kannst du den Bunker noch sehen. Also ungefähr so noch einen Schritt rein. Dann siehst du diesen MG Tower nicht da, Turm. Leer. Wer stellt denn immer diese Kisten in der Landschaft auf? Oh, von Augenfaust der Kontrolle. Oh, 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 oh. Das ist noch eins? Was auf? Nein! Jimbo! Scheiße. Na, ich bin tot. Aber ich höre Leute bauen. Hier wird abgebaut irgendwas, aber ich weiß nicht von wem. Das ist ein Gegner. So, Foxo schieße von. Holowall ist der, den wir gerade schon erschossen haben. Das ist doch, glaube ich, ein Typ, der auf mich geschossen hat, oder? Das wird natürlich so gelaufen, dass ich nicht richtig rankomme. Hast du ja, ich getraue, Kind. Naja, vielleicht hätte er ernst, ne, ne. Ich würde deine MP wenigstens safen. Achso, hm. Ähm. Oh, das ist alles voll mit, mit Dings. Ich hatte nur noch wenige Sekunden zu leben, ich würde diesen Holotyp noch mitnehmen. Ähm. Weil das hat so keinen Wert, wenn ich hier immer bis zu losloche. Ich bin ja auch dessen grad voll ran, weil ich wusste ja, dass ich sterbe ohne Bandage. Soll ich nur noch machen. Das ist ja sogar Opfer für das Team. Das ist so, als wenn du von Zombies gebissen wurdest. Quasi. Okay, das ist wieder unser Gebiet hier. Viele kleine Foxholes. Hm. Ob du mal nicht schräg laufen kannst, dann spiel ich mir auf. Ah, hallo Faker-Nut. Wie? Na, du kannst ja nur immer in eine Richtung laufen. Wenn du Bede-Tasten gleichzeitig drückst, dann... Naja, verstehe. Ich hab nur acht Richtungen, sag mal so, und ich bräuchte jetzt grad mehr. Ich würd's halt besser finden, wenn du immer laufen wirst, in die Richtung, die dir deine Maus zielt. Mit, geradeaus. Ja, ich find das eigentlich so ganz angenehm. Mit so einem anderen Spielsystem komm ich nicht sooo klar. Nur mit Übung. Aber ich bin doch einer, der oft mit der Maus kurbelt. Das meine ich mich bewegen, schon unabhängig von meiner Maus. Und dass es kein Auto laufen gibt, das fehlt mir auch. Ja. Ei, ist wohl Tag. Ja, jetzt wo wir uns getrennt haben. Und freiwillig getrennt wurden. Hier steht ein EKW. Scheiße, da gibt's ja auch gar nix. Habe ihn angebracht. Zweite blutet. Ich find das gut, dass man jeden Tag merkt, dass man besser wird. Oh, jetzt redet er mit mir, aber ich kann nicht mit ihm reden. Schau. Tee. Alter! Ich stand gerade an einem anderen Posten unten und da steht direkt anscheinend so ein Gun-Turret. Draußen vor der Tür. Den der Feind überhaupt hat, so wie wir es dann, nur andersrum halt. Leute. Ich komm raus aus der Tür. Boom! Hab mir gerade noch gewundert, ob ein Leiche liegt. So, wieder zwei umgebracht. Hehehe. 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 Ah, es ist wirklich... Ich hab auch den gleich mal ab so eine Scrap-Posten abgefahren, den bei Golden Road Ranch da. Erstmal die Scraps jetzt hier Mops, die wir uns gefangen haben. Ist das mal schwer beladen? Boah, wie viel Fox-Holt gibt's denn hier? Eigentlich brauchst du da bloß ein APC für, um die ganzen Dinger wegzumachen. Naja. Ach, ist ja auch eins. Bin grad an diesem Fluss und versuch grad nach Norden zu laufen, irgendwie über den Fluss rüber zu setzen. Ja, wir können das auch ein APC bauen, wenn du willst. Du musst ja erst fahren morgen, oder? Und dann bist du vor allem, wo im Hinterland sein wahrscheinlich. Bin ich denn jetzt hier lang gelaufen? Guck mich dann jetzt zurück. Also, ich bin gleich wieder in... in Sentry. Also, wenn ich nichts versterbe, ist boah nicht in der White. Guck mal, wie ich rauskomme und vielleicht wo besser stehe. Mein Dick, ich komm nicht mehr durch die Mauer. Ich geh jetzt nach Thunderfurt, weil ich hab ja wie gesagt Sachen gemopst. Kann man zwar nicht so viel herstellen, außer Metall, aber... Metall ist auch schon mal gut. Zum Fox-Fox bauen. Ähm, wenn du durchkommst durch Sachen Waffe wegstecken. Dann bist du kleiner. Ja, hier sind eigentlich so eine Art französische Mauer mit Durchgängen, aber... Dein Fuchsfreund ist zu dick. Ach, durch das hab ich abgenommen. Plötzlich. Das ist wie ein Sentry. Hm. Eine Waldwanderung später. Boah, ich hab immer noch diesen Reflex, dass ich vor blauen Fahnen mich wegdrehe sofort, wenn ich was blaues sehe. Ja. Und ich seh andererseits... Wir sollten weiterhin Cologne jetzt spielen. Das ist ihre DB auch hier. Wir sollten nicht die Seiten schlägsen. Die haben exakt die Leichen machen. Da gibt's kein Grund nicht, das mach zu machen. Ja, eigentlich ist es ja... Es ist Wurst, bis spätere Updates kommen. Ich hab's überhaupt jemals differenzieren, wo ich meine, du siehst ja mal H&G immer. Die war von riesen Clusterfuck mit ihren... Ah, im letzten DevBlock haben sie verschiedene ähm... Aussehen präsentiert. Ich weiß nicht, ob die für beide Fraktionen... Also die sind schon sehr fraktionsspezifisch. Ja, ja doch, die haben gesagt, Cologne ist ein Sentry, aber nur optisch. Oh, worten es heißen wir durch. Was sind die? Das war durch nur optisch. Das war nur, die wollten irgendwie... Oh Gott. Die wollten verschiedene Klassen und die einführen. Also irgendwie für Raketenwerfer-Menschen und Dings... Da bin ich immer gespannt, wie sie das machen wollen. Vielleicht wenn du so ausrüstest, dass du gleich das Equip, dass du dich gleich veränderst dadurch. Andererseits erkennt man ja sofort, wer was bei hat. Das wäre vielleicht auch ein kleiner Nachteil. Na, gerade drum. Das hat natürlich vorhin einen Nachteil, aber gerade für Steamplayer ist das natürlich wertvoll, wenn du willst du da haben. Du hast jetzt zwei Raketenwerfer-Typen bei. Das ist schon mal, wie ich sehe. Ich sehe mir nicht, dass ich den bei Raketen-Einvögel... Nein, man könnte ja nicht nur meinen, man könnte sich sicher sein. Ja, das ist doch jetzt... Warte mal... Ich schaff's, wenn du noch an der Dings-Punkt. Ist das so schlimm da mit Vögel-Vogel-Geräuschen? Wenn durch den Wald das rieche ich übel viel. Sie kören nebenbei noch Musik. Und dann ist es trotzdem... Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich hatte ja immer mit Neverwinder Night 2, da gab es ja auch so einen Map-Editor. Und da hast du ja dann auch so eine Sound-Bubbles gesetzt. Also diese Bereiche, ab wann irgendwo ein Geräusch zu hören ist. Stell ich mir vor, dass da alles voll ist mit diesen Vogel-Bubbles. Das war schon. Ich denke mal, jetzt sind die Bäume tatsächlich. Ich weiß nicht. Mal gucken, ob ich hier meinen Fluss rüberkomme und eigentlich schon eine Bubble. Ja, und jeder Baum hat so eine Bubble. Hm. Aber ich glaube, da kommen auch alle Nachtigallen aus ganz Hannover zusammen, um sich zu besprechen. Hannoui meinst du? Ja. Das sieht tatsächlich aus wie eine französische Mauer. Jetzt weiß ich, was du meinst. Aber ich werde mich hier nicht durchdiffundieren. Das ist ja 10 Milliarden Meter Stacheldraht. So, wir haben jetzt so... Cheap! ...150 Metall. Cheap! Machen wir damit. Wissen nicht. Ich bin gleich in Thunder Bluff hier. Ich hege dir erstmal was ab und dann würde ich sagen, rennen wir wieder zu dem Punkt, wo ich die Dinger hier erbeutet habe und bauen da schnell was auf, um die zu eriern. Ich werde jetzt erstmal kurz zur Townhall hier rennen und hoffen, dass es hier wieder geht. Achso, ja. Wir sollten hier speichern können. Gute Idee. Hallo. Hallo. Entschuldigen, kann ich dir was achten? Hallo! Ja, danke. Gut, dass Sie fragen. Ach, du hörst doch ja nicht irgendetwas. Och, Manu. Ey, sind wir weg? Ja. Punkt setzen. Ne, nehmen wir erstmal was ab. Ach. Es wird immer noch so viel im Inventar. Kann man nicht mehr als 75 tragen? Kann ich das hier noch weg. Äh, wenn man, wenn du alles ablegst bis auf den Bauhammer kann man 87 tragen. Pistole braue ich nicht. Da hat ich mich rauskriegt, wo ich mein Tutorial gemacht habe, um Moppet zu bauen, hat ich mich auch alle weggeschmissen. Und, äh, ein Fahrzeug zu bauen. Horn ist ein Vogel. Ich dachte mir, es wäre ein Horn. Kein Vogel. Leck mich am Ohr. Im Endeffekt. Jetzt, wie viel hast du euch hier gegeben? Eda hat jetzt 75, ja. 85er, ja. Dann können wir nämlich 3 Foxholt spawnen mit. Hebst auch noch mal 4 Barren. Pistole Munition. Wie viel ist das hier, äh, Dings liegt? Spawn. Jups. 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 Tipptiviere vor allem. Guck mal, da kann man auch noch, äh, refined material liegt hier auch drin. Wie viel? 75er, 70er, 70er. Brauchen wir, ne? 60 liegen hier schon mal drin. Aber dann brauchen wir auch wieder massig Öl. Also das wäre schon wieder ein kleines Abenteuer. Und ich gucke auch gerade, wo wir das machen könnten. Na, 150 Euro für das Fahrzeug. Lass uns erstmal schnell diese drei Dinger da bauen an deren Farmstelle. Da hätte ich voll schlagen. Nein, ich bin mir mal alles mit, was wir noch mitbringen. Wir sind sowieso überladen. Ich rufe es mir aber komplett aus. Äh, kurz, ich, äh, hast du einen First Aid Kitball? Mh, ne, soll ich mitnehmen? Ja, heim mich bitte mal direkt, weil ich hab ein paar Schüsse auf dem Weg hier her abgekriegt. Traumakit finde ich eigentlich wichtig, das nehmen wir mal alles mit. Ich hab Banage, First Aid und Traumakit bei. Hatte mal jedes Schrotflin, sehe ich gerade auch keine Muni dafür. Schade. Ich hab noch nie eine Schrotflin gemacht. No one to treat. Hast du keinen Schaden. Wat? No one to treat. Weil ich geh mal einen Meter weg. Komm mal her? Nee, du bist noch nicht blutig. Also ich glaube, du regeneriert sie auch gleich mit der Zeit. So, hab ich jetzt dein Metall noch gleich mitgenommen? Nee, ich hab meine 75 neuner Taschen. Da war hier eine Taunel von um 80. Ja, die hat hier und gerne hingelegt. Willst du nicht hier lassen lieber? Nö. Für wichtige Angelegenheiten. Ja. Was für mich die Angelegenheiten? So. Vantage aus, lass uns los schleichen jetzt hier. Steck die Waffe weg, dann denkt ihr da, wir sind Tagelöner. Hallo. Willst du jetzt nur die Kapuze tief in die Sicht ziehen und der keine Fresse sieht? Ich finde das auch schwer zu unterscheiden gerade. Wenn du blau spielst, wer orange ist und wer nicht blau ist. Da siehst du doch an den Namen im Kopf. Spiel bei mir nicht statt irgendwas mit OR-Film. Also, ähm, wir hatten das, mein Kumpel hatte ein Problem mit dem Visual Studio Dingsbums Dingsbums. Da hat es dir geholfen, das einfach direkt von der Webseite zu installieren, das Visual Studio 2015. Da sagt einer in deinem Chat, dass er das Spiel bei ihm nicht starten möchte. Ich habe gerade schon gesagt, er hat wahrscheinlich gleich mit Christian. Ach, deine Pistole war da wahrscheinlich die Erlagerung. Oh, Wolfie ist ein Teamkiller. Da wurde ich doch gleich mit. Übrigens, bist du noch in dem Discord? Ja. Schreib mal den Admin an, nach einem deutschen Channel. Die haben gesagt, die machen mehr deutsche Channel. Also, sie führen Channel ein, je nachdem die Anfrage ist. Musst du nicht sagen, dass ich das gesagt habe. Kannst du mir einfach anschreiben und fragen, warum es keinen deutschen Channel gibt. Ähm, Admin, äh, NickelBee oder welchen? Ja. Gibt es noch keinen deutschen Channel? Gibt es nicht? Zum Erstaun meiner Wenigkeit nein. Ich hab' mal nicht schlafen. Scream. Sehr schön. Komm. Wie immer habe ich im Englischen mein Anschreiben mit hey there angefangen. Was ist eigentlich dieses Hestock Python Outpost 150 Value? Was soll das sein? Was ist denn eigentlich mit diesem Team? Alter, ich mach den Team, reporte den man diesen das, das, FDR ist, der hat drei Leute gerade umgebracht. Wer hat auch nicht mal einen richtigen Namen. Wo ist denn der überhaupt? Ist der vielleicht im anderen Team? Der ist wohl im anderen Team. Dann kann er da bleiben. Da kann man nichts gegen machen. Da darf ich nämlich auch nicht kicken. Das wäre auch seltsam. Kann das sein, weil ich mit Waffe genauso schnell bin wie ohne? Ja, hab ich auch gerade festgestellt. Ähm, also ich würde sagen wir gehen jetzt da durch diesen französischen, anmutenden, Britannien Charmingen versprühenden Zaun. Gucken nochmal vorsichtig zu deren Abbaustellte, obwohl ich das Scrap bei hab, was wir hier zum Teil auch tragen. Farben die wieder ab, bauen Foxholes auf. Ja. Farben die wieder ab. Prinzipiell dürfen wir die Foxholes nicht aufbauen, um die immer und immer und immer wieder abzufarmen. Ah, ich glaub die sind noch lernfähig, früher oder später. Was? Ach, wo ist denn jetzt hier diese Mauer eigentlich? Die sind noch ganz schön weit oben, wir müssen ja noch übelst runterlaufen. Das Stück weiter südlich ist eine Radio Tower, sehe ich mit meinem Fluggerät. Bist du schneller als ich? Ha, nicht nur in diesem Spiel. Also ich bin massiv überladen, ich hab, ich noch mal treffe drei Foxholes bei. Hattest du heute eigentlich einen Termin, wegen des was du da gepostet hattest in der Gruppe oder hast du es halt nur gekriegt? Ja, der Teil konnte, der Teil konnte abgekriegt, ja. Also ich hab doch Probleme, da das Datum falsch war, dann musst du halt immer neu machen. Das hat den ganzen Prozess ein bisschen aufgehalten, das war ein großer Ärger. Das ist also die Mauer. Die Mauer. Die sieht recht schabierlos. Was? Kochen wir den ganzen Tag? Ach so, so kochen. Nach hinten ist der Eingang, ja. Da beim Stein ist der Eingang, das kann ich mich daran erinnern. Sunder Road. So. Guck's abgebohren hier. Bisschen wütend nach rechts und links geguckt. Hm, hm, hm. Alles okay. Wie bist du jetzt da durchgekommen? Na, gelaufen. Hä? 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 Das ist dein Problem. Tuck dich mal. Äh, hinter mir gerade ein Typ. Hinter dir ein Feind? Ja, er hat keine Ahnung. Hä, dann ist das so. Ach, scheiße, jetzt hab ich die Gasgranate nicht mit dir. So ein Ärger. Wir können auch erstmal ein Sicherheits-Foxo hier aufbauen, für uns. Damit wir uns sicher fühlen. Dann halt du mal den Ausgang im Blick. Also hier ist nix. Wo war, soll der gewesen sein? Ja, er war links von der Eingang wurde. Wir fehlen an die Personenminen, die ich da legen könnte. Schön, wie du immer mehr arbeiten zu guckst. Tja. Ich geb Anweisungen. Ja, jetzt den Herig nach links in den Boden stecken. Nicht so. Ja, festziehen. Und mit dem Hammer immer auf die Plane hauen. Damit das hält. Das ist übrigens ein Erdnagel. Kein Hering. Warum ne? Was sagt das? Steht das halt drauf? Das wird so gesagt, aber beim Bund war das immer so. Das ist ein Erdnagel. Kein Hering. Nee, nee. Wo kommt dieses Hering her? Ich wiss es nicht. So. Foxhole Nummer Uno. Jetzt müssen wir noch ein bisschen hier lang laufen, dann kommen wir zu dem Scrap-Bude. Das ist ja noch ein Loch. Da kommt man aber nicht mehr durch. Das sind die Löcher, wo ich nicht durch passe. Ach guck mal, jetzt ist er weg. Wer? Na, der DAS-DS. Hat er immer noch rumgewögelt. Ist aber lange dauert. So. Jetzt vorsichtig. Kamera schräg stellen. Da ist das Lager. Da wirkt das für mich nur so. Nie gestaucht. Aber du hast so, dass ich, dass ich gestaucht bin. Aber keiner am Arbeiten von denen. Perfekt. Und es gibt einen deutschen Channel. Was haben wir? Gibt es in deutschsprachigen Channel und Discord? Siehste? Wir müssen nur noch... Ging aber schnell. Ich frage noch, was sind die Bedingungen, dass man einen deutschen Channel kriegt? Wir können nur nachfragen. Aber was ist das? Aber was ist das? Wollen wir erstmal hier einen Foxhole bauen? Ich überlege, ich will das hier an der Wand bauen so ein bisschen, oder? Aber dann kann er nicht... Ne, weil der Wand ist scheiße. Dann kann er nicht nach rechts schießen. Ja, so nach hinten weg hier. Sodass man, wenn man zur Kiste läuft, das abkriegt. Zack, schreibt der erste Nett. Ich wollte den First Comment setzen, scheiße. Ja, wäre ja sowieso der App schnell gewesen. So. Sieht doch schon besser aus. Ist doch das Übergewicht weg. Also ich habe noch exakt 100 Barren bei. Ich habe noch 49. Das ist schlecht. Verdammt! Es fehlt genau eine. Der Bauhaltung wie ein Stacheldraht. Irgendwo. Wenn man hier vorne, kannst du lang gucken, da kommt dann schon das Tor von denen jetzt hier, wenn du da so guckst. Hallo? Muss du aufpassen. Genau. So. Der Sandwich Turm meldet was. Wir könnten hier einen Turm bauen. So ein MG Netz? Hm? Das machen wir mal. Ne, so ein Scout Turm dachte ich. Achso, lasst du auch, bau doch so mit 150 können wir so ein MG Netz bauen, was genau auf das Ding schießt da. Auf was? Ach du! Na, ich weiß nicht, der Tor macht mir ein bisschen Angst davor, ne? Ja, ich habe, also der schießt nicht erstmal, der dreht sich erst, dann kannst du auch noch wegrennen. Ja, der guckt aber nicht zuvor genau in meine Richtung. Also, entweder jetzt sind noch zwei Fox Souls oder ein MG Tower. Ja, ich würde sagen, wir verteilen. Hab ich gerade einen Mobidiert? Ja, kann auch ein paar Foxholtz bauen, die hier so ein bisschen blockieren. Ja, ich würde ja noch drei Fox oder zwei Foxholtz bauen, einfach nach Landlauf. Aber nicht direkt hier, ich würde noch ein bisschen auskonten, ob wir das irgendwie noch weiter verteilen können. Weil wir können die sowieso nicht effektiv als Verteilung bauen, sondern aber zum Abfacken halt. Ich würde das so machen, dass jeder Scrap-Posten halt nicht benutzt werden kann. Dann haben die nur noch den oberen. Na, das haben sie ja ruckzuck freiräumt. Aber ich will einfach das irgendwie Rennen um Nachschuldler, die einfach durch die Landschaft laufen und immer tot sind. Das tun wir sie ja an. Das ist ein inneres Verlangen. Feindzersetzung! Dann setze ich das hier auf der anderen Seite von der... Ich geh mal zur Truckhalle. Ah, da ist ein Feindfox, das sehe ich doch von hier. Zack, schreibt der erste... So, wir haben einen Channel von Nazi, Time to Mutes. What? Wo bist du denn jetzt? Ähm, ich bin auf der anderen Seite ran. Da hast du dir eine Mauer. Noch ein bisschen über die Mauer lunzen. Und in den Discord-Channel was schreiben. Ich glaube ich jetzt hier zur Fahrzeugfabrik lauf und da mal was baue. Ja, da kommst du nicht rein. Da ist Mauer drumrum. Und da stehen noch Foxholtz. Hm. Da hinten ist ja auch ein riesengroßes Tor. Das ist ja ärgert. Und da ist so ein komischer Betonbunker. Da sind unsere Möglichkeiten ja nicht recht klein. Hm. Dumm 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 dumm. Was ist der fehlende Stuhl? Genau, der macht mich kleiner. Der Stuhl! Der fehlt! So, wo machen wir jetzt noch was? Bauen wir noch was? Das ist ein MG. Ich würde den hier nochmal bauen, glaube ich direkt. Naja, dann können sie hier rüberschießen vielleicht mit Granaten. Muss ja mal gucken, dass die schlecht rankommen an das Ding. Maximale Feindersetzungen sind ja auch die überraschenden wirklich. Wo du denkst, du, 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 ich kann ja gar nichts passieren. Da zum Beispiel, den finde ich schon wieder taktisch nicht so gut. Weil, der kann nicht gegen das, der schießt, wenn da was kommt, schießt er gegen diese Metallplanken. Äh, Metallfassdingens da. Weißt du? Hm, ich hab gerade einen Discord. Soll ich schon gegen ihn hauen? Ja. Ah, du seh. Warum, wir haben das sowieso unten, 49 over Münster, kein Problem. Ja, wie gesagt, nur für die Zukunft, hier kann man leicht zerstören. Der hat kaum, na gut, vielleicht sehen die den noch nicht so schnell, wenn sie hier das mal rum... Ja, sehr guter Plan. Eigenwerbung. Ja, aber das hilft doch, wenn du dein Kumpel zu zeigen willst? So, zimmer das Ding hier hoch. Lass dir was Luft nach hinten bei, da ist schon übel Luft raus. Wenn ich den voll aufpuppe, dann sitze ich so. Die Kamera ist ja vorhin schon da umgedreht. Wenn ich den ein Stück höher mache noch, dann siehst du wohl, wo der Greenscreen aufhört. So, jetzt hab ich noch 82 Balken bei. Können wir noch ihn bauen? Zwei noch, wenn du noch mehr als 20 hast. Nein, ich hab noch 27. Dann können wir noch zwei bauen. Hä? Warum haben wir ihn jetzt auf einmal wieder noch? Hä? 82 habe ich doch doch. Weit mich voll verziert. 86 plus 26 sind 110. Ah ja. Reicht ja nicht, reicht nicht. Reicht doch noch. Hm. Schon nochmal hier unten nochmal irgendwas bauen. Vielleicht... Wann was denn der in Mauer jetzt hier hin? Da. Oh, ein ganz alt, der auf mich dreht. Weg, 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 weg. Poff. Poff. Nein, vielleicht doch wieder hier oben. Oder wollen wir mal zu dem anderen Punkt da gucken? Die haben ja da oben noch so ein Scrap-Materialpunkt. Das ist doch komplett umlaufen, oder was? Ja, immer so recht lang vorbei. Na gut, wiegt der zu glücklich nischt. Oder wir setzen hier noch so hin, hier so. Aber da haben wir so. Haben sie Deckung. Durch Scrap kann er nicht schießen. Hast schon gebetestet. Oder hier so. Ach, das ist oft. Wenn der so an der Mauer, der muss eigentlich muss das freistehen. Weil wenn es an der Mauer sitzt, kann man sich auch anschleichen. Wäre schön, wenn hier irgendwie ein Wald wäre. Hier so. Hier so. Hier so. Genau drauf. Hier so. Ich stehe. Ja, mach mal genau den Busch runden. Mach mal so. Boah, Weltklasse Foxo. Guck dir das an. Fee aus dem Spiel. Äh, äh, Kino. Ach schön. Hinterhältige Hinterhalte. Muss nur noch jemand reinlaufen. Sehr gut. Die Fahne hätte man nach hinten stellen sollen. Ja. Verdammt. Naja, wir lernen ja noch. Schreib da wieder Discord. Ich seh halt ganz genau, als du schreibst. Also es gibt, äh, Discord hat, ähm, Foxo hat einen Discord-Server. Der sieht dann so aus. Ich hab gerade den, ich hab gerade den Admin angeschrieben. Hab gefragt, warum bist du hier deutschsprachigen Channel? Zack. I just created it. Bam, da ist er. Äh, da sind Leute. Kämpfer. Ah, Foxo. Regeln. Der hat einen Pieper gehabt. Jawoll. Da war noch einer. Irgendwo. In die Richtung da. Ja, der Fleisch geht zurück. Lootet. Treffer. Tot. Jawoll. Oh, guck mal. Macht die wieder. Was? Jawoll. Bauen wir weiter. Ja, ich nehm mal seine MP an mich. Ja, lass Bautsch der einfach erstmal wieder, damit die Materialien verbaut werden. Dann bauen wir direkt hier hin, oder was? Nächste Foxo, ja. Zack. Das läuft aber auch. Schanke Dön. Ah, das hätte man ihn gleich sagen müssen. Ja. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Da oben rechts ist einer. Wirfen Granaten, die werfen Granaten auf deinen Foxo auf das rechte. Man reicht mir mein Gewehr. Das erste ist weg. Ne, steht noch. Aber ich war da halt. Ich baue weiter Foxo. Bauen wir hier weiter links rein. Ja. Pass auf, mit dem rangehen. Ich weiß nicht, wie weit man da ran gehen kann. Da liegt die da rein. Die in der Leiche noch von eben. Ich mag meine Waffe lieber in der Hand behalten. Hm. Aber wie viel Material haben wir jetzt noch? Also ich habe jetzt noch 150. Na würd ich jetzt sagen. Jetzt bauen wir direkt auf das Tor visierend. Gerade außerhalb der Reichweite von den Turmen. Wenn wir noch wie können, noch so einen Betonbunker. Hinter uns. Oh, du standst gerade ein bisschen im Weg, mein Junge. Ich hab ne Verbandage bei. Ich hab ne Verbandage bei. Wir brauchen First Aid. Fiat mir gerade hoch. Foxo schießt noch 80. Schießt auf das Ding. Auf das Moped. Dann noch die besucht. Ne, er schießt noch mal. Ne, er schießt das Moped. hat er vorhin bei mir auch gemacht dass man schnell das dinge hoch zu machen der hat es geschafft hat zu locken müsste es mich dann noch mal heilen wenn es geht und dann wieder auf so moped sechs leute umgebracht läuft ist immer noch abgeschlossen für die typen geblündet ist denn hier los ich hoffe die andere leite noch an was ist aber nicht so was jetzt schießt wieder das ding tot haben unsere fox erledigt da wo das moped war da wo das moped war war gerade noch einer wurde von unseren fox holz umgelegt aber kül ist kül wer kraftsersetzung beginnt der kraftsersetzung eigentlich von innen ich würde hier noch ein fox so hinter setzen aber so vollen kommt ja an die rand ja langsam offensiven lauf oder setzen mg direkt auf dem punkt dann können sie nur noch raus mit mit meiner von etwas komischen betonbunker direkt vor der haustür setzen also ein steinbunker ist der ja auch das war der der von sie ans material geschenkt hat genau eigentlich jetzt in dem spiel des eigentlichen krieg der der naja recht langwierig ist muss hat die logistik selber an das materialen ranfahren so weiter da schießt was ist wahrscheinlich ein mensch nehmen ja also richtig viele schon groß aber noch zu weit schießt links von tauschen typ so ja okay dann lassen sich zu normal ist meinst du schon weiter hinten könnte klappen oder wollen wir doch lieber noch ein paar fox holz bauen das ding können wir uns auch relativ leicht zerlegen glaube ich wenn es ohne deckung ist und hier noch in dem büsch wollen auf der anderen seite stand da hinten nicht irgendwo oder was hier hinten wenn du noch ein stück nach hinten läuft dann kommt ein fox holz von denen ja dann hier oder was ach schön was eigentlich das ziel des spiels achso alle gegner schon in hauptstädte zu erobern oder alle gegner schon in orte der gegner in diesem fall die colonials die haben nur noch zwei orte übrig und dementsprechend verteilen sich da alle spieler die sie haben wir machen hier gerade quasi ressourcen denial die wir uns in einiger der basis basis ressourcen lager gerade schön die fox holz hochziehen hast du noch mal drei ein ausreichend denke ich muss kurz ein bisschen die karte studieren hier genau die haben nur noch border watch und das hier und sind schon mehr oder weniger im runden ich habe noch 57 plus 21 das reicht noch für eins und ich habe noch 100 das passt auch noch ein bisschen weiter zurück falls die erste linie fällt dass noch eine zweite da ist oder einmal drumherum nach einmal drumherum dann lass uns jetzt nach oben latschen oder nach norden aus zudem an ich weiß nicht warte mal die colonials haben taken to entry achso doch wir haben auch den unteren ort haben sie ja auch noch wenn wir jetzt zwischen dem oder wortchen also den weg da wird ja keiner lang laufen eigentlich dann willst du ja da versuchen beim zahnrad da links oder was zum zahnrad mal gucken so die richtung ist aber halt weit weg naja aber wir sollten das vielleicht doch hier verbauen eigentlich ich weiß es nicht genau was sagt denn der stream und doch mal dass die zuschauer ein der stream fragt wird hier so eine art battle royale sind ich habe gerade das spielprinzip erklärt und der video verlinkt ich das video gemacht habe das hilft viel beim erklären hatte ja nicht noch einen streifen munition bei siehst du das ist meine letzte munition hier sehe ich auch gerade ja auch mal hier wäre munition ich hab noch zwei clips sagt den abgehen nee da habe ich einer reicht mir erst mal und da oben das ich bin hat schon wieder entschärft den wir von gesehen haben ja das rennt er da auch lang da war das fox oder war der turm müsste von denen glaube ich was sie der turm weil er sprengt sieht so blutig aus ein bisschen wir werden es nie raus finden danke hätte nicht das fox nicht rein also ich meine anbinden ja die rucksäcke liegt noch nie wer acht erfolge der sasser der sass da drinnen weil doch nicht der sturm ist warum wir hier noch einmal mit nur der landschaft das großes wer nicht schlecht solche fox schade dass man nicht wie so eine statistik hat von einem fox hat an dem er mitgeholfen hat oder so so würde mich interessieren wie für uns so cool ist es mhm was wir mitgenommen haben mit unserem tollen werk hier frontpioniere abonniere 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 und nun weiß nicht wir haben noch ein paar fox zu bauen ich hab noch 54 träger bei und was schießt hier? und wo im Norden? unsere fox hoots wahrscheinlich immer noch sergeant, das kann ja dauern aber ich glaube in den nächsten kommenden stehe ich tatsächlich auf der balken ist fast durch da vorne ist immer noch der Typ da muss man hier ein bisschen aufpassen wo man drin läuft da liegt auf jeden fall noch eine Leiche ich weiß nicht ob das die von uns vorhin ist die wir weg gemacht haben irgendwas rotes ist da oder ist das überhaupt eine Leiche? foxhole hinter den komischen träger steht auf jeden fall immer noch ich würde hier noch einen foxhole rein bauen in dieses ach da haben wir ja noch den stehen langsam verliere ich die foxhole Übersicht konnte ja auch keine Ahnung dass die Leute im Material herantragen ja, die sind schuld das will hier nicht wegkommen guck mal hier das soll eigentlich hier ein veritabler Busch guck mal hier das kann ich gesagt nicht nach rechts schießen ja das finde ich blöd naja guck mal da braucht bloß einer von hier kommen man kann locker granaten rüber werfen naja wie das reicht aber wir haben das ja schon gut gesichert ein bisschen mehr wer meins reicht hier erstmal in der Gegend wir können ja ja oder wir können ja noch mal hoch gucken nach dem anderen punkt hoch zum zum wickeldepon rumlaufen oder was und dann bei denen ja ihr musst auch passen hier sind foxhole links das ist im dunkel auch blöde oder wir verbauen jetzt ich habe noch 75 wir verbauen jetzt einfach noch schnell 2 foxhole hinter ein bisschen zurückliegen in reihe ja hier ist ein toller Busch ja ach ja spannung pur mehr oder weniger ah herrlich oh war da grad die rumpel weit weg das nicht gut ich mag es nicht wenn es rumpelt er gab noch 29 Balken jetzt hat es noch 50 dann kannst du noch Stacheldraht bauen wenn du magst so dass sie in die foxholes reinlaufen die sie noch nicht sehen dann würde ich direkt an als kriegen wir nicht hinhaben für den Versuch zu bauen an den Turm nach vorne würde ich jetzt hätte ich jetzt gesagt hm ich würde jetzt hier noch einen foxhole auf der anderen Seite hier so da haben wir glaube ich schon mal jenseite ich guck trotzdem nochmal ja da steht noch eins von uns vielleicht kann ich da so dass das direkt in die Mauer schiebt wenn ein Tor auf geht oh da kommt der da an die Rand wo? meine Position an den Turm hoch bewegt dich bewegt dich bewegt dich das boxe macht das hast n? ne der lebt noch liegt dahinter noch da kommt noch hin zur Hilfe versuch drum zu rennen da kommt drei noch jetzt zieh ich ein bisschen zurück wir haben die foxholes wir haben die foxholes wir haben die foxholes jetzt haben wir wirklich richtig gewandet märz sie sehen dann in frauen heim ich mal und du mich mal sicherlich diesen gerade beschäftigt burschen mit feststellen wo überall foxholt sind die werden sich wundern so haben wir hier noch ins rinnen mittendrin ins feld dann schnell ja blutend auf jeden fall leichen müssen wir mal gucken ich habe meine empy rumgespamme leider überhaupt nichts getroffen ich kann nicht wieder laufen also hier ist ein bisschen gucken vielleicht auf der anderen seite in der storm die darin gelatscht sind nicht unbedingt ich hab noch einen stahlträger direkt wird jetzt hier noch hier den stachelrad zu ende bauen da vorne steht hier ein typ na in dem beton bugger ist ein typ drin was schuck hier alle armes arnold grausam sehr gut also ein hike wieder rumgesehen da draußen noch rumgelaufen ist da schuss wechsel für dich gewundert kommt zu mir runter 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 zieht dich das ist ein feind bei der kiste hast du überhaupt einen traumakitball ne ich hoffe ich nehme einfach deinen ja kann ich noch nicht looten das kannst du erst looten wenn ich tot bin mein jungs was machst du warum stoppst du hast du irgendwas bei was ich mir mopsen soll na das traumakit in die bandagen wirst du wahrscheinlich brauchen alter der hat ja alles bei sagt er gesagt hast du mir nicht zu oh satchel charges und giftgranaten bin der wieder da ich loote mal unsere beute hast du typen totig recht äh unser foxhole hat wieder sich mal eingeschnappt jawoll das war mein osteressen osteressen das gönst du dir aber einmal im jahr die kleider doch es gibt fernleser hier hervorragend oh jetzt granatieren sie ne das ist gas renner weg das ist übeltödlich ne die haben das foxhole mit gegast das funktioniert glaube ich nicht ja vielleicht haben die gedacht dass da einer drinnen sitzt wenn einer drauf schießt ein trugschluss das sehe ich ähnlich ich werde in den osteren nicht bekocht was warum nicht ich habe ein bisschen Orientierung hier gerade verloren verteidigen jetzt in die wärme 2 streich munition auf Und er löst? Was? Oh, hey Mr.Anto, greetings. So, ich habe jetzt ein Fernglas, eine Rucksackladung und keine Banlage, mein Verdammter. Zurück. Hey, wo bin ich denn jetzt wieder überall an? WTF? So, ich komme wieder. Kann nur eine Minute dauern. Ach, da so ärgerliche Sturmbilden. Mal sehen, ob ich den Weg überhaupt noch mal finde. Was? Was, Leichen im Keller? Garten ist schon abgebohrt? Was? Achso, mit dem Essen. Tipp. Mit dem Essen. Ich hoffe es. Ich muss eigentlich, brauche ich da nochmal Ton hier eigentlich? Das ist ein bisschen blöder ohne Ton. Na, du kannst, du hast eine 4 Minuten Grace Period. Wenn du rausgehst und wieder reingehst, dann kommst du am gleichen Punkt, ich stelle wieder raus, wenn du erst nach 4 Minuten hast. Boah, 5 Minuten. Das ist eigentlich aus unserem Fox-Höbern, was wir hier mitten in der Mitte gebaut hatten. Keine Ahnung. Ja, die zerstören jetzt hier ins Nahm anderen, glaube ich. Unser Vordere, das Vordere ist weg. Ich bin weg. Das sind alles Ressourcen. Du bist nicht wirklich weg, du stehst dann da noch, ne? Ne, ich bin tot. Achso. Das wird mit einer Granate in nichts explodiert. Schade. Naja, eine Rückkehr ist nicht ausgeschlossen. So, ich starte jetzt schnell neu. Ich bin wie auf dem Geländer. Problem ist, es ist arschdunkel und ich könnte wieder in den Fox-Höbern holen. Oder eine Gruppe von drei Leuten, die alle schon hier erwartet haben. Und tot. Gut, dass ich mich jetzt im Stream, im Replay quasi nochmal angucken kann. Richtig, ich habe ja nicht geguckt, da bin ich recht, da sind Leute stehen. Ich hatte vor allem auch im Fernlass, weil ich hätte einfach gucken können. Ach, genau reingetrampelt, wirklich. Ähm, was hatten wir gehabt? Fox 2, ja. Hm. Tone los, nix. Lassen Sie das. Auf Fox 4, Colonie-Seite wäre jetzt wieder Platz anscheinend. Hast du denn noch der Leiche kriegt die immer voll in den Spielern? Na, ich war noch nicht drauf heute, war bis jetzt immer voll. Achso. So, ich nehme mal so eine Gasgranate mit hier, scheint mir gut zu sein. Und dann wieder First Aid, Traumaket und Bandage. Alles weitere wird gelootet. Diese, diese, diese Rucksackladung, die sprengen noch mit einer, kannst du so einen, so einen Außenposten weghauen, wenn du bis reinkommst. Den kompletten Außenposten. Ja, gestern gemacht, da waren wir gerade überrannt, da stand da noch so einen Außenposten da. Ringenluft mit meiner Rucksackladung, habt ihr gelegt? Dann war 5, 4, BOOM. War ordentlich Musik hier, what? Achso, äh. Hallo Kingsplay LP. So, da war da schon noch ausrüsten. Wohl lieber die Green Ash. So. Ich wäre soweit. Ich nehme mir noch ein Traumaket mit. Ähm, ich munition, warte mal. Ja. Also ich habe es hier auch noch zig Milliarden Befeind mit Tickets, ne? Ja, aber ich wollte es dann ganz vorne setzen. Ich würde die, ne, ich würde die jetzt hier lassen. Das kann man verteidigen. Das kann man machen, die die hier reingeschleppt haben. Ja, bestimmt was davor damit. Ja, der gehupt. Sollen wir mitfahren? Fahre ich mit? Ist offen. Steig hin. Ich weiß, wie er hin will. Wir stehen Ihnen zur freien Verfügung. Benutzen Sie uns. Oha. Oha. Down the nightmare. Ich weiß nicht, wohin. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Wir haben unseren eigenen Krieg geführt. Ich würde jetzt auch vom asymmetrischen Krieg, ähm, vom asymmetrischen Krieg auch wechseln in den richtigen. Guck mal, die haben bei Dings bauen die einen Posten auf, glaube ich, oder? In dem Refined Material Posten da. Ist jetzt auf jeden Fall ein Bunker. Oder war der Fall schon? Thunder Road. Der ist neu. Er ist ein Beifahrer. Einfach nicht bewegen. Einfach nicht so tun, als ob man da ist. In der Luft. Vielleicht ist es nicht mal auf dem Beifahrer sitzt. Was soll er uns zu Thunder Road schippern? Aber fährt jetzt da an, wo ich gesagt habe, Mitte von Dings. Könnte ein bisschen riskant sein. Ist ein bisschen doll nadern. Leider habe ich meinen Comment Point gerade missbraucht. Dann hätte ich ihn müssen gehen. Missbraucht? Nein, hätte ich ihm das gegeben. Ich würde, also, eigentlich, wenn wir einer von uns WU1 ist, dann könnten wir anfangen, die anderen ja mal zu unterstützen, weil wir weder WU1 oder WU2 sind. Ich denke, WU2 musst du werden. WU2 sogar? Oh Gott. Nee. Flickflack hat doch gestern, äh, Dings gemacht oder nicht? Hat er? Flickflack hatte, wir waren gestern im Flickflack Squad. Guck mal, die bauen die WU1 auf der Fehlern, die Hälfte. Halt mein Hammer abgepackt? Und jetzt? Jetzt müssen wir doch mal gucken, was hier los ist. Überblick verschaffen. Guck mal erstmal in den Bunker drin, was hier halt drin ist. Ob der professionell aufgebaut ist oder nur. Also hier sind in den Bunker sind zigtausend Building Materials drin, wir könnten das mithelfen zu bauen. Dann los. Ich nehme mal ein Stack. Ich habe mir jetzt gelernt, wie man baut. Jetzt lassen wir auch ein Spawnpunkt. Wir sind da. Sind wir aber zweimal drei drin? Korrekt, aber hier wird geschossen. Fox Souls activated. Tot. Hier können wir noch ein Tor bauen, hier oben. Ja, da steht ja nicht schon ein Tor oder neben halt. Kommen auch Gegner hier aus dem Wald? Du hast ja nicht gerafft. Ach nee, das ist ein Fox Souls von denen. Oh, scheiße. Das ist nicht verblutet. Kannst du mich aufheben, komm? Ich wusste nicht, dass Fox Souls, wenn dahinter ein Gegner ist, Säune zerschieben können. Können sie. Ich habe mich gerade noch mal selber repariert, ist okay. Ich dachte, ich habe es richtig mit Traumakit da. Oh, dann gefällt es für ein Follow Kings Play. Muss ich jetzt ganz vorsichtig hier ein Traumakit auch, ja. Muss ich jetzt hier ganz vorsichtig hier versuchen. Ich habe auch hier jetzt die Mauer auf, sodass der Fox Souls auch keine Ahnung mehr sieht. Dann haben wir die Frage beantwortet, ob man durch die Dings durchschießen kann. Wir können nicht durchschießen, aber das Ding hat einfach immer gegengeschossen, aber immer war es kaputt. Ach so. Also durch den kleinen Zauner hat es durchgeschossen, also nicht nur gegengeschossen und dann kaputt geschossen. Was? Was? Dies kostet man für sich? Was? Was? Wo steht das? Weil da der Spannend auf jeden Fall hier meine Aktion. Also oben bei mir wo ich gerade die Budebau oder schießen nur gerade Leute rum. Der Tor ist noch der Zeit. Sag mal, ich kann ja. Das Ding will das nicht erst mit in das Fox Souls eingehen. Ich schließe ihn jetzt hier auf immer so verrückt. Hier ist bei mir ist gerade richtig Party. Alter. Ah, mein Tor steht. Jawohl. Loy. Sobald du auf den Sound klickst, du gerade abbläst und das wird so blau, kann das Fox nicht mehr sehen. Ja, nice. Ohne, dass es gebaut wurde. Aber ich habe trotzdem artilleriert. Dein Zunge kräftest. Ich mache erstmal auf der Seite hier dicht ein bisschen. Werden die gewispert? Ach so, unten steht das. Oh, das sind noch die alten Preise. Also ich habe das immer mal die Preise. Ich hatte die immer mal gesenkt. Oha. Das sollte ich vielleicht mal bei Gelegenheit aktualisieren. Bei Gelegenheit. Versteht sich. Ich sehe gerade hier oben, der Zaun ist und ich sehe ganz fertig. So. Hier nochmal schön ein bisschen Wändchen bauen. Ja, ist ja scheiße. Das war unser Tor. Ach, du bist auf der anderen Seite. Ja, ja, weil das Tor hat es gerade wieder entschärft. Aber wenn wir das so bauen, dann ist es eigentlich, glaube ich, zu. Hoffe ich. Ja. Wieso müssen wir in England schon 100% mehr herzahlen? Das ist die, äh, das ist, das ist die Briten, weil die sind ja nicht mehr in der EU, äh, also das ist die Britensteuer, weil die sind ja logischerweise nicht mehr in der EU und deswegen müssen wir nicht mehr herzahlen. Logik. So, ich hab noch. Oh, waren wir jetzt dabei. Bring doch was mit, sonst schaffen wir das Tor hier nicht. Ist leer. Ist leer, dann schaffen wir das Tor nicht. Ich frag mal rum. Hast du noch was mit Basis Materialien? Wir können nicht die Garten nach dem Westen ausführen. Brexit und seine Folgen. Oh, Kevin, Kevin Sargent, die du redest mich, da baut immer einen Betonbocker statt wie Wände zu bauen. Easy. Ja, da, das ist, äh, hätten wir sich vorher überlegen müssen. Erst aus der EU austreten und dann nicht bereit sein zu zahlen, ne? Oh, hier kam, glaube ich, gerade der Verfolgungs-EKW. Ich kämpfe mir mal was mit. Ja, auf der anderen Seite auch draußen steigt. Jeder hat die Basis Materialien, wir brauchen die Hilfe, die Fahrzeuge anbauen. Sorry, 0 Basis Materialien in der Basis hier. Ey, komm mal, üben Rüttern. Oh, er hat ein paar Ammo und ein paar mehr Schäden in es. Ah, und die Basis Suppe. Ach, jetzt hat Kevin noch einmal Zeug bei, will er mich rollen. Und ich bin gerade draußen und gucke mir gerade die Leichen an, ob er mir gerade schön bei hat. Also, es sind gerade zwei LKWs angekommen. So, dann wird dann Gantau auf unsere Position gebaut? Wiss ich nicht. Ah, hier ist ein LKW mit Stacks, weil sie Zeug gekommen sind. Oben am Norden. Entschuldigung, bleibt einfach mit dem LKW stehen. Ach, hier ist ein LKW mit Stacks, weil sie hier sind. Ach, hier ist ein paar Schwarzbrot, was? Was finde ich, dass die Briten alle die Ufer dabei wollen? Das war gut, das war gut, ne? Aber kann man machen, logic. Ich bräuchte noch Refined Materials, um hier die Weltmausen auszubauen. Neun habe ich abbekommen. Was, neun? Neun Materialien. Damit kriege ich mein Türchen nicht weitergebaut. Das ist eh eingrissen worden. Ja, das Tor ist eh eingrissen. Wenn das nicht fertig gebaut wird, dann reicht das, wenn ein Gegner rumspringt und unser Ding schießt dagegen. Ja, ja. So, kannst du mich mal heim, bevor ich mich hier in den Wälder schleiche? Hey, ich stehe gerade auf der anderen Seite von der Wand aus, ein Bauchrad und Fuchsot rum. Ähm, in welche Richtung zu denen hast du? Äh, wenn du in den Norden raus siehst, dann quasi runter. Hier steht auch ein Laster. Nordseite rausgehen? Okay. Und dann wieder runter halt. Naja, hatten die nicht einen Volksentscheid, die Briten, das ist das, die waren halt nur wie massiv unterinformiert, die Burschen. Ah, da sind ganz viele Leute, aber kein Burnout. Ah, da. Komm her, komm her. Oh, da ist ein, ein G-Tower. Wo bist du? Von oben, groß Angriff. Deine Kopfhölbe, Mann. Ja, ich bin umgekippt. Also ab drei, im G-Tower hat er mich geschossen, oder zwei zumindest. Haben wir ja den nächsten Fox nicht mehr fertig gekriegt. Na ja. Ich will sterben, aber ich nehme noch so viel mit, wie ich kann. Oh, das sehe ich noch so ein Fox-Tower ausgeholt haben, wenn ich mich gerade klicken muss. Das Fox-Tower ist richtig krass, die schießen gerade alle drauf. Ich bin out of ammo. Jetzt muss ich rennen. Hast du nicht noch eine Pistole? Niemals. Doch, habe ich. Mein Fox-Tower wurde auch gerade gesprengt angegriffen. Bedauerlich. Also wie gesagt, gehen die Fox-Tower rein, also das geht richtig gut. Ich habe gerade drei Leute geholt noch. Weil ich bin gerade, ich habe nur noch Gewehr-Munition irgendwo. Die habe ich glaube ich in der Town Hall, äh Quatsch in dem Außenposten. Und hier, wäre noch immer geil. Hakti, ich habe dich doch gerade halt. Ja, bin mal angeschossen anscheinend. Also ich bin gerade nochmal wieder oben in dem anderen Punkt, wo wir vorhin waren. Weil ich hatte anscheinend meinen Re-Spawn-Punkt nicht neu gesetzt. Außer in Südl kann ich mich nochmal ausrüsten mit Munition und Zeug. War ich jetzt hier alles? 83. Waffen durchladen. Ach, Revolver haben wir nicht. Ne, 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 ne. Ach komm, nehmen wir noch was. Nehmen wir noch eine dritte Stange-Munition bitte. Ich glaube, wir haben eine massive Anti-U-Karte. Ja, ja. Die Briten wurden ganz viel getäuscht. Vor allem lustig ist gerade die ländlichen Regionen und wie das ist, was ist das, äh, ähm, Valisien? Die haben am meisten gewählt für das, äh, für das Brexit. Und es sind die, die am meisten Hilfsmittel gekriegt haben. Irgendjemand Strukturaufbau da. Und denen ist jetzt irgendwie neulich erst das Licht aufgegangen, dass das irgendwie vielleicht ziemlich schlecht ist. Wenn die dann die EU-Mittel nicht mehr kommen. Ah, auf. Ähm. Naja. Das ist anscheinend ne übelste Sicht-Range, wenn auch so ein Foxhole selber drin sitzt. Ach so, kann man weitergucken? Das hier für, weil die sehen mich nicht. Die bleiben dann erstmal stehen teilweise. Ja, kann man das mal fern, das bei. Ich würde gerne da mal looten gehen. Ich bin tatsächlich bald da, Thunderbolt ist ja auch nicht so weit weg. Nein, ich Idiot. Was ist denn das überhaupt von MG, Junge? Das hat sich aber Zeit gelassen, bis sie schießt. Ich habe gerade gelootet und auf einmal fängt es dann erst an zu schießen. Ich würde die Sicherheit wiegen. Hä? Ne, ich wieso nicht, warum ich da nicht mehr spawnen kann. Ich habe da eigentlich auch spawnen Punkt gesetzt. Ja, aber vielleicht mal Ticket, mal Ticket, mal Ticket, mal Ticket, mal Ticket, mal Ticket. Konnt doch das spawnen. Also okay, alles easy. Ach, das Fernland kann tatsächlich nur Gegner sehen. Aber auch nur, wenn du in der Sichtlinie bist. Ich habe gerade jemanden entdeckt, der gerade vom Foxhosen angenommen wird. Ich weiß noch nicht, was FOB heißt. Forward, Operation Base? Klingt in sich schlüssiger. Ich sehe Sigi Starters hier unten kriegen. Also Fernland ist schon Premium. Ist es wirklich. Weil es steht zwar nicht, warum unser Tor hier offen ist, aber... Ah, jetzt muss es erst fertig gebaut werden, wenn wir es da rauskommen. Ich setze hier erst mal irgendwie spawnen Punkt. Das wäre nur... Echt wie wir mit Hurra wie? Ach Quatsch, gibt doch hier... Die SPD hat sich doch ihre neue sexy Medienkampagne mit Schulz ausgedacht. Der Schulz-Zug. Gute Energie und wie soll man das Alten nennen. Oh, hier Gasmaske hervorragend. VINASH! Einen Typ versucht links rum zu rennen. Wo bist du auf der anderen Seite? Unten, also... Das untere Tor genommen, baut er gerade mal ein Foxhosen nach. Ich glaube, du, was habe ich hier geschossen. Dann bin ich da nicht. Also, dass das West-Tor ist, hat gerade böse Schlacht, also beide Tore offen. Ich habe wieder Sound, ich höre nichts. Hier steht nur Proposition Joe und drei Leichen. Es gibt viele von ihnen da draußen. Also, ich würde lieber nicht nachher gehen. Ich habe eine Gas-Grenade, aber ich glaube, das wird nicht suffisieren. Ach, gebaut. Was ist SMG? Also, ich bin am... Wenn ich die Karte ausrichte, auf das Tor... Warte mal. Du hast oben rechts in der Ecke. Ich bin am Nord-Tor gewesen. Ich bin am Nord-Tor gewesen. Hier ist eine. Hier ist eine Ammonition. Es gibt eine Pillbox direkt außen dieser Garten, aber es ist in der Nähe. Kräfer versenkt. Ah, hier sind zwei Tote und ich habe keine Materialien. Oh, Gas-Granaten. Bleib von dem Gas. Ja, Gas-Granaten, ich habe keinen anderen geworfen. Ich habe einen. Ich habe einen. Kann jemanden? Ja. Ich glaube, das Voxer schießt trotzdem, obwohl man da drin sitzt. Ich weiß nicht, ob ich die Leute will töten. Ich glaube, nicht wirklich den Drang hier, dieses Tor zu öffnen, ne? Ich sehe, dass die töten Böse sind auf der Opposite dieser Wolle. Ja, ich bin dran. Kann ich meine grüne Asche hier werfen? Mg-Schützen um mich geschossen? Oh, ist das geil. Bisschen wie Moan, aber geil. Bisschen. Bisschen. Jetzt ein Mörser. Let's do it. Willa, zwei Leute blutig, ich schoss. Mich verplicht. Die haben da noch immer. Dann wäre ich in einem und jetzt schon ein Mist. Äh, in einem Foxo immer, Willa. Warte, ich dring die Unis. Wenn es hier hilft, ich habe da immer noch zwei Clips bei, aber ich habe noch eine MP. Das Backup. Bring mal, bring mal Munition mit. Mit der Offenbucker. Willa, ich nicht schossen. Die liegen ja alle am Boden. Sterben jetzt langsam. Ich muss halt immer viel scrollen. Hört man mich eigentlich im Spiel? Ja. Oh. Oh. Ich stehe jetzt am Tor da unten. Vorne bei uns. Ja, genau da war ich gerade. Da fern ich gerade auf der anderen Seite. So, ich bin jetzt am Nordtor rausgegangen. Dann komm raus. Ich komme jetzt kurz zu dir hierher, um Munition zu holen. Weg schon mal auf dem Boden, ich komme. Drei Clips. Danke. So, komm, wir haben das. Und dann, dann kannst du mal gucken hier. Observe, wir mal kurz. Was? Leichen ohne Ende. Oh, hier. Alles weggeschossen. Stück westlich zwei Typen, die gerade vom Fuchs überhackt werden. Hab mir jetzt auch Fernwass geholt. Versuch mal schnell das Fuchs zu den Rente kommen. MGs sind da auch massig. Äh, vielleicht könnte man noch ein MGs. Okay, man hat sich für zum MGs in das Fuchs will kleppen. Und jetzt rauskippen mit dem innen drehen, genau. Ist ganz cool. Ja, so eine Gasgranate werfen. Aus dem Fuchs. Der ist umgekippt, die Gasgranate, meine Damen und Herren. Den hat es entschärft. Scheiße, ich bin direkt vorm Tor. Wenn man nämlich noch eine Gasgranate hätte, hätte ich direkt vorm Tor erworfen. Ich gucke gerade auch nach, ob wir Granaten haben. Nee, da war ich nicht. Ich habe die Ausdienes mitgebracht. Okay, ich gucke trotzdem noch mal rein hier. Nape nichts. Ich versuche jetzt mal in so ein MG zu kommen. Vielleicht kann ich da eins mobsen. Ein MG wäre auch Premium. Das sind die Leichen dir gegenüber quasi. Oh, da liegen richtig so zu zäcker. Boah, das ist hier gerade irgendwie Mörder. Da ist noch einer an den Leichen. Da ist einer an den Leichen, der hat gerade gelootet. Brennt jetzt weg. Nee, hat auch ein kleines Glas genommen, glaube ich. Geht so. Geht so. Geht so. Wie weit zu einer Waffe schießt du, ob die noch ein paar Meter schießt. Warte mal, ich halte dich mal. Nee, das ist ein Traumarkid. Ich habe es gesehen. Kritik gehauened. Ja, komm her mit dem Traumarkid. Los, 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 los. Oh, ist das fucking neu. Das ist mal der fuck. Irgendwie wird es hier mega laut. Warte, ich habe auch einen First Aid bei. Guck mal mit der Herr. Warte, lass mich mal kurz. Jetzt ist gerade noch Schiss. Will ich hier schnell die MG zu holen. Kannst du mal mit der Kanzler? Mal kurz gucken, ob die sauber ist wirklich. Der hat die MG sichert, der Wichser. Der hat er nicht. Aha. Alle. Ich habe jetzt die Stangen Munition bei. Gib mir mal Rückendeckung, dass ich noch zurückkomme. Genau, Deckung geben wir. Das ist auch ein bisschen. MG mit zwei Munitionskruppen. Setze ich mich hier kurz damit in das Ding rein. Dann heim ich aber erstmal hier ist ein First Aid Kit. Ach, das geht dann das ganze rum hier heilig, aber. Einfach mal nicht treffen lassen, junger Mann. Komm ich mir vor, wie deine Mutti, die dir den Tänz hat. Was mir sichtwischt. What? Ich werde mich auch nicht mehr bewegen. Ja, genau. Ich bin meinen Fox-Hollern. Deins. Ja. Ich bin hier MG-Schütze. Na ja, ich bin mal drin hier in das Ding. Du bist der Fernglas-Mensch. Äh, willst du draußen noch die 9-11-Munition haben? Ne, ich habe noch fünf schon, ob wir rum. Na, ich habe ja jetzt 16. Ich kann mit dem MG nur in eine Richtung schießen, das ist nicht gut. Das kann man drehen, aber es dauert ewig. Im Fox-Hool auch? Ne, im Fox-Hool dreht sie es nicht. Ich? Doch. Yeah, let's go. Ich habe ein bisschen gerade die Füße in der Front, die gerade fällt, weil es ist... Ne, wir sind gerade da. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Leider sind ja in den Knien nur. Der wird doch gerade umlaufen von dem MB-Typen. Ja, zieht sich zurück. Besser aufgestanden. Ne, Granate wissen nicht, was das sollte. Ja, mit MG, was soll ich... Mit MG braucht man hier drin nicht sitzen, das ist blöd für die Richtung. Ist das Hamm? Ne, aber kannst du gerne noch die 8-Reifel-Munition mitnehmen, wenn du... Also ich kann hier nicht mitnehmen, weil es nicht zu schwer. Dann bringe ich jetzt erstmal alles drin. Oh, der braucht ein Medik. I don't think I can get to you. It's okay, buddy. I'll just die here in silence, all alone. Der ist eingeschossen, der rennt... Sieht sauber aus. Ist tot. Der Angeschossene wie ein Schwein, der rennt jetzt weg an der Mauer lang. Kommt jetzt zurück. Ja, sehr gut. Noch ein Treffer. Ist der den MG raus? Hat sein MG rausgeholt. Guckst du dir? Ist auch sehr gut. Tja, kann man nicht auch sein. Das ist Kinder da. Hol das MG. Thank you, man. So, ich bringe gerade jetzt mal schnell die Sachen da rein. Der hat mir Good Game geschrieben. Dan, Good Game, man, well played. Er hat geschrieben. Lol. Vielleicht bleibt er nicht so lange nicht, dass er dich ja nur verwickelt, damit seine Freunde kommen. Ich hab ein Tod ja auch. So lösen wir hier die Probleme in Ostdeutschland. Musst du mal in meinem Fantasy wegkauen dafür. Ja, ist aber auch keiner zu sehen hier. Hab ja kein Schaden genommen. Nice. Der Amat muss sterben. So, ein MG ist oder am Vorrat? Ist da ein MG-Munition? Weil ich bringe jetzt auch gerade ein MG noch vorbei. Jo, das wäre. Hab ich ja dringepackt. Ist doch nicht gerade um die beste Sturmwaffe, das MG. Nee, hat der Ena mal geschrieben. Die wollen ja noch ein MG haben, was sie zum Angreifen benutzen können. Ein Light-LMG wäre halt nicht. Light-LMG, genau. Ein Light-Light-MG. Hier macht Ena. Macht den mal. Kick den mal hier. Ranger UK. Der macht hier Teamkills. Das ist weg, okay. Mano! Er hat alle unsere Teamleute umgebracht, der Wichser. Na nett. Aber tatsächlich im Gemüchen gibt es ja auch noch geil. Naja, ich nicht. Was passiert, wenn ich das Tor hier aufmache? Habe ich ein bisschen Schiss vor. Nein, einfach zu den Foxhulls gehen. Was passiert, wenn ich das Tor hier aufmache? Ich fahre gerade drauf, man sieht ja die Gasmasse an den Typen. Liegt richtig viel Zeug. Ich meine. Ich bin hier. wir sind am tor vorne und wie doch das hat er bei ab 10 stangen smg munition stehe wieder unter beschuss die sind vorne am eingang also da wo ich gerade also an der westseite fehlt noch eine schubkarren oder ein sackkarren hier wurde rausgesprengt fox ist down gut dass ich vorher ist weggebracht haben drei streifen reichen noch aus haben ist das bomb und die voll dass man hinten raus kann ich mal so ein bisschen flankieren kann also nur mit notwendigen sachen die wir haben also ich habe jetzt bloß ein gewehr bei vier clips smg gewehr bei einem universum halb leer und drei clips smg verhandlas von gerät granate ja es nicht auch nur wer sterben da ich glaube nicht dass wir in magazin herkriegen nach wenn ich halt vorwend also wird es jetzt hier am ostende ja und dann hier quasi raus ich stehe hier schon na ja ich stehe schön hatte wird das handy schießt da sind fox hole hatte ich das 29 mit am besten steht das und schieße mich lassen sie ja ich habe nichts zu weg machen naja dann granate will ich jetzt nicht jetzt ein tower von denen noch das ist ja wir können auf jeden fall südlicher richtung und weiter fortbewegen ist die kinder fox holt bis jetzt also hart süd ist sicher bis jetzt erstmal also quasi über den fluss entlang jetzt nach quasi jetzt wieder richtung westen gehen warte ich schließe mal kurz auf ich prüfe hartwesten sich gut aus neben das in fox hohe von den kolonien stück in nordwestlicher richtung weiß kommen wir auch da so ran ich will quasi das tor von außen und was wo die da stehen rollen so ein bisschen säubern ja ich denke schon oh fuck da da ich eigentlich guckt in die richtung also wenn wir kommen können auf jeden fall ohne problem noch ein stück bei der südlichen beim fox ist immer das wichtig dass du erstmalig bewegst ein bisschen schließen das glück recht langsam hier 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 so wir kommen gleich auf eine lichtung sicher aus verlicht und können wir noch wissen auch nicht da werden schon weiter und gelaufen jetzt welche karte gucke dank hier also ich gehe jetzt besser ich vertraue jetzt seine sich ich gucke mal mit lass ah da kommt wieder ein fox in nordwestlicher richtung aber wenn wir jetzt in der westkurs beibehalten müssten wir eigentlich dran vorbeikommen na siehst du das jetzt nordwestlich von dir ja siehst du an der straße stehen auch zwei da müssen wir eigentlich auch dran vorbeikommen das war die benen schwein ja wieder das war die nordwestlich scound haben andere an der straße um den 2 ich dachte mal es fern das sind kannst du mal gucken wird hier aussieht ich habe mich gerade auf der raketenwerfer entscheidend fahrte die vorhin bei hatte ach so weil die anderen waffen so laut sind das ist ein raketenwerfer was ist denn das ist ein raketenwerfer an die straße zu kommen wird schwer viele bunkeranlagen das ganze straße ist komplett gesichert da können wir uns eigentlich zurückziehen stück will er jetzt warte mal guck mal hier nach rechts ja wenn geradeaus weiter ist kommt leuchtet ein foxhole rein ist alles voll mit foxholes hier wirklich wie viel foxholes hier kriegst dann kann das wieder schwierig zurück zum fluss wir könnten laufen da ist auch schwierig da gibt es keine brücke naja du ist ein flacher fluss kommt so ich habe nichts bei und hat das ding hat die euro erschossen da ja nicht ganz so von einem baum von meiner perspektive aus ich habe auch gerade so die richtung guckt ich kann nicht alles mitnehmen glaube ich ja das ist aber in den außen posten hier bleiben einem auf jeden fall die medics supplies mit habe alles hat nichts mehr wo sind wir aus dem ost ende kommen wir mal gegen so ein bisschen zumindest aber mal mal selber jetzt aus dem wald raus meine wie die navigieren hier soll ich doch nicht dann könnte man die foxholes anfangen zu säubern bisher war nicht ja da war gerade einer geschrieben noch ich hoffe jetzt einfach auf dem fluss erst mal zu genau benutzt der anderen fluss jetzt hier wir waren ja nicht ganz zeit auf unserer seite vom fluss nun ja ich glaube zum fluss runter die will ich sie mir irgendjemand massiv mit stadt verbaut hat vielleicht wollen sie fische fangen ich muss selber davor so dann bist du mir jetzt endlich in diegen komme ich bin jetzt auf ihn auf der linie zwischen acht und neun am fluss stehe ich ich bin auf neun und acht gerade sehe ich mit ein fernglas zwischen fluss gefallen ist denn ernst weil ich mit dem fernglas geguckt habe hans gucke in die luft ja ganz einfach abst du hast du hier immer wieso solche mp nehmen ich habe extra gewerben ich habe keine mp munition ja von nachkommt weil dann nimmst du hier mit zurück hier granate habe ich behalten ja kannst du noch zwei von den mp clips mitnehmen dass ich mich überladen ja reich ich habe es mir jetzt einfach auch oder schauen wir das mal an und greifen die band an wieder wie gesagt das ist halt natürlich das soll man auf jeden Fall nicht alleine spielen das ist halt gibt ja auch wir haben gerade den deutschen discord channel aus den aus den dingen geholt hier gibt hier den discord server von von foxhole da haben wir gerade den deutschen channel der ist ja ganz unten da unten ist er da haben wir gerade halt die app in die frage wie er ausschaut weil wir ein bisschen den deutschen channel denn jetzt haben wir den die fernglas ach nee fernglas ja jona warte kannst du auch haben brauchst du einen neuen modernen scheiß nicht früher da haben wir noch die hand über der augen gehalten um die sonne abzuschauen das war unser fernglas die ist klar denn seid ihr alle ins foxhole gelaufen genau wer ist denn gerade ins foxhole gelaufen junger mann ich bin gar nicht schon da gelaufen doch nicht jetzt stand aber auch echt doof außer ich gerade in die fern gespielt weil ich dachte da ist echt sicher wir könnten nochmal alles wertvolle abhängen und nochmal kurz sneaky mischen machen zu unserem alten Loch in der wand so weit weg und hier kostengünstig sterben und in lehrer dahinter ach das ist doch nicht weit ist aber gleich da nicht immer hier will eine foxhole sind aber hier will er ihr kämpfen anschein hier links schweißen wir machen das loch der feindsoldat ist tot jetzt hinüber kannst du noch mal mit dem dings gucken mit dem fernglas bitte also entlang der mauer sehe ich erstmal nichts westlich auch nix noch recht mal zu der leiche kurz also mit dem blog sich gerade gar nichts im gesamten sichtkreis wie kann man nichts in seinem rucksack haben nichts nicht gar nichts vielleicht schon die plüder ist gerade schon das gerade angeschlossen worden sich das denke ja also im 80 meter kreis sind ich gucken kann das sehe ich nirgendwo jemanden ja dann lass uns doch ein stück hoch gehen wir sind doch schon fast an unserer schraub guck mal ach stimmt jetzt ist ja eigentlich heute wie ich dachte exit blockt danke du bist ja mal das menschen machst den weg bis zum hat dahinten ist das loch in der wand wo wir nicht durchkommen wir müssen eigentlich zu den stein da steht noch ein foxhole von unserer sichter von hier unser oder besprochen wo wir nacht und nieblech schon hoch gezogen haben ich kann ja hier kommst du auch durch wo ich war ja durchsneaken kommt man überall durch anscheinend und dann gucken wir mal hin da zu dem äh posten du siehst es ja da bauen welche ab bei diesen äh den turmen von den turmen wow da kommt epic rinn weg rinn weg rinn weg rinn weg duck dich doch duck dich doch jungschen wir können aber easy peasy bei dem abbaupunkt sind vier leute ja aber das epic kriegen wir nicht weg da obwohl die die haben sich grad hingepackt die burschen ach verdammt guck gerade noch hier zu sehen obwohl die sind doch ja nicht so abbaumäßig auch sondern eher kampfbereit da ist der epic du kannst ja mal gucken in welche richtung die denn vielleicht brechen sie jetzt noch bei tageslicht auch dann können wir gucken aus welchem der epic ist gerade ganz weit im norden das ist gerade 70 m von uns entfernt die fahren auch gerade nach norden weg weil der sterben gerade und die jungen so wieder aussieht ich habe jetzt auf dem pie umgerüstet also im notfall wenn ihr jetzt hier durchkommen durch die löcher lass mal kurz ein stück nach links laufen und dann oh da vorne sind leute auch unter uns kommen leute ich wurde gewundert was ach schluss in louis das ist ein Scherf die hat sich wahrscheinlich gerade vorhört ich muss mal ein bisschen wegflitzen ich habe ja noch meine granate fällt mir ein ach schade jetzt habe ich glaube ich das einzige Trauma geht hier die hat sich von dem buch dabei oh schruss hinten hervorragend ich bin gleich da mit der schruss hinten hab noch ihn mitgenommen naja gut schweißen 2 abgetauscht das geht inhalt mitgenommen durch aber ich weiß nicht ob da wieder aufgehoben wurde hätte man ein bisschen früher an meine granate denken sollen dann hätte ich die da in der mauerecke weg gekriegt naja da hat er fällt nicht auf ihr passt regel nummer eins immer schnell entschuldigen finde nehme ich jetzt noch eine munition mit hier und das soll ich nur übel wiemals roma ansonsten ich bin nochmal seit ihr an die mauere zuremter schrutteln wir hinweg zu holen liegen überall leichen ohne inwenden also vielleicht sind die ja schon gelootet aber kurios ist es auf jeden fall wie wäre denn unseren leichen hier wird richtig gekämpft die mauer ist weg am anfang hier vorne dreimal gasgranate jawohl ich habe jetzt gerade unser alten position war ich gerade ich habe noch ein bisschen abgegriffen hier vorhanden position da wo wir gestorben sind sagt doch was dann komme ich hin bei der beraten der leichen gelootet und ich hab den schnell wieder weg gehauen sind auf dem server blablabla glaube ich weiß und wir auch zwei noch komplett voll mit revolver also die wiese recht sind die typen denn auch shotguns bei ihr habt da hoch wird er schießt bist du rot nene liegst du gerade auf der wiese ne das ist ein feind ich stehe hinter dir war ich mir gar nicht sicher weil na komm mal bitte her ich hab so viel außen weil ich kann mich kaum bewegen war ein feind hier ja genau der hat dein fernglas bei habt ich hab auch sieben wenn du eine schrubhütte findest ich hab auch sieben mumpeln schrubhütte hatte der hinter uns da dann nimm mal so eine schrubhütte die ist voll geil ich lass erstmal looten und das dann nach hinten bringen in der base kurz ich leg dir mal alles ab was ich meine was du im inventar haben könntest ich zum beispiel so ein traumakit ich hab jetzt einfach mal überall drüber geht und bin voll wie genau traumakit dings bin voll ich hab waffen aufgenommen noch in die weg zu bringen weil wir kommen noch waffen am händen so dass wir keine benutzen der hier glaube ich hatte die shotgun da aber ich bin wirklich gerade nicht sicher ob das du bist weil er hat auch einen grünen helm so ähnlich irgendwie im dunkeln aber war als rote siluette angezeigt und dann erst mal darauf geschossen hast du gesagt bist du das wir sind warten also ich würde mich jetzt noch nicht übrigens wenn der seite festlegen burnout je nachdem wer nachher mehr style hat er sagt er nehmen wir halt mal die fraktion wo wir uns gerade ist also wir haben die quasi und zaubern gucken denn wo es platz für uns beide am besten mitgenommen noch vier schrot munitions wmps fernglas und zwei first eight jetzt drei first eight gezeichen naik ab auch wie viele leute haben wir fertig gemacht ist der drei gast haben weil da hast du die alle benutzt gefunden habe ich hoffe du hast doch nicht erstmals gefällt eine leiche und gleiche hatte noch eine gasmaske ja die kennt das schöne den gasmasters die kannst du direkt auslösen haben ihren eigenen auslösen slot haben wir ein bisschen noch mal drei mps mehr gekriegt hier schroffel würde ich auf jeden fall mitnehmen das ding ach die kammer ach die sachen die man rein die kann man zum start ach so die kannst du start mitten ja das wusste ich noch gar nicht so das mache ich immer damit das ein bisschen was drin liegt ich packe die da mal rein denken die kündigte versuch ausgreifen es ist dann wieder am stockpile dann kann sich jeder wieder bedienen aber an nehme ich fast schon die mps wieder alle fernglas brauche ich jetzt nicht in der nacht wo ich behalte mal über die schroffelten mumpeln weil ich hab meine schroffelten sind nur noch drei schuss drin benutzt man die ich gucke mir die erst mal an bei dem stream wir machen hier bravo bravo der wii u2 umschießen hier wird schon wieder die schroffelten scharf raus wir kommen hier durch diesen durch den wald wald sagst du da denn bleiben wir zurück waffen sind es nichts mehr zu sehen wir doch erst wenn er was ließ mehr jung da schießt noch nicht auf zu werfen da war nur einer kapitel und hier steht noch mehr und müssen drei mann siehst du so blockaden hinterfeindlichen liegen könnte man auch legen schöne wand bauen und wir auf der straße müssen halt auf dem boden fahren das ist ja viel langsamer dann kannst du schön weghauen blockaden stacheldraht nö einfach nur wand nun einfach nur so eine ganz normale so baschendraht zauern sind denn die da naja die erste voll dass uns wieder auf unseren dings posten da oben hinschleichen ich hab jetzt aber nur ein medipack bei also nicht zum verbinden nichts ich hab zwei wandagen warte mal ich hab dir meine wirst du nicht warum ich schon jetzt weh habe aber schon aufgehoben das würde es die gegner finanzieren dich wenn du sie anschießen kannst wir sagen wo wir vor drei vier tagen angefangen haben am wochenende wo wir gegen die planer verloren haben teilweise im kampf menschen weil wir sie auch nicht schießen und dann wird der nachleidezeit sich bewegen nicht stehen bleiben und immer nur wenn du weißt dass du schieß kurz stehen bleiben kommen die schnippen und die bande ja das sind die bei der noch ein paar waffen beide das sind jetzt nicht so ja hier wäre noch schon mal hin das fern das natürlich nicht mehr weggepackt habe idioten da ist egal im dunkeln bringt sie nichts die idee hat noch eine gasmaske war da ich krieg dir auf dem boden hier da ich kann es einfach aufsetzen wiegt ja nix da da macht er schon automatisch weil das verlieren wir haben oder nicht haben und wir sehen natürlich deutlich cooler aus ja nix da klar wenn ich jetzt umdreht sie soll hast du einen komischen rüssel von dran da brauchst du einen rüssel vorne dran eine zeichen doppel rüssel allerdings müsste material sein was auch ich habe angst dass hier foxholz aufgebaut haben wir da nach vorne hatten sie gehen nach oben da von sich die kiste liegt da noch eine leiche jawohl ach hat zu viel gewehre drinnen bringt ja nischt schraubenschlüsse was kann der äh die wrench meister kannst du gesperrte fahrzeuge mit anlocken ich nehme mal hier mit ist ja kein gewicht ist eigentlich eher so eine griefer geschichte ich weiß nicht ob man damit auch feindliche fahrzeuge in der theorie klauen kann aber tatsächlich unsere posten weggekommen warte mal ich habe noch eine idee wo noch einer sein könnte von uns ein foxholz ein stacheldraht steht noch guck mal jawohl ich kann also gerade nicht bis vorne zum vorgucken wir könnten jetzt ein stück südlich ran stoßen und durch die straße von hinten an und so türen haben wir auch noch ein rumpallern sind ich habe zwar noch nie wer oder da vorne lag noch nie wer werden nochmals wie wäre für die base aber okay nach schluss drauf sander roter markt aufmachen dass ich entstellen ja da die richtung gehen und liegt eine leichte feindliche da ist schon so und das durch ist die wand genau da sind unsere foxholz noch nie wer gefunden regnerin bin wie eine ameise blut 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 alles alles für den clan also welcher klar für den start für die familie das ist schon wieder dort es ist ostende ich bin voll ins verwirrt ist hat die artillerie die hier schießt wir haben eine art von uns noch gebaut ich komme natürlich wieder der macht ja ich hoffe es auch guck mal dass materialien wollen wir uns ebensteck rausnehmen also 102 foxholz bauen können wir machen also zusammen 100 oder beide zusammen 100 jeder 50 quasi dann habe ich noch einmal das ablegen wird schon über überladen mit 50 das wieder nicht haben wir gefunden interesse ablegen eto outpost nehme ich erstmal über sachen auf wirklich mal gutes trauma kürt so bin ich jetzt wesentlich weiß hier genau er will sich mehr bewegen oder willst du kriechen jetzt habe ich kein hammer bei hier liegt ihr noch im boden also mehrere ich bin nur 70 prozent ich habe den schrubflünder und habe noch einmal nachladen bei und die schrubflünder hat drei schuss drin dein autoreifen fischen was ja ich würde sagen die bauen wir mal so ein bisschen vorne da in die ecke wo wir quasi gerade vor dem anderen gerade beim schwarzen blickte ich mir so ne jetzt fischen das wäre geil was fischen simulator da hat sich der kaufel richtig gelohnt kevin der stockpilot ist an der foto da zu preis wat wir machen das scheint so ein ordner sing jetzt vielleicht guck mal ich hätte hier in die richtung weiter in sie baut noch mal das leer hier und das nächste dann ein stück weiter vorhin auch hallo eigentlich würde ich ja heute hng spieler und wie hat sich das dann doch wieder erledigt naja stimmt kevin ist doch bald sehr guter kevin ja aber wie macht er das muss man daran haben und soviel zeug macht seine kappe geht er doch nicht so neues level gehabt wenn ich mich entsinne apropos level ich habe noch mehr zwei für dich ss bist du jetzt sagten ja bin ich noch sergeant musste gucken was der reihe wird der streifen gesagt über den dings das ist noch ein bisschen was in hd ohne nach haben wir jetzt über 6 g mehr an die hier nur fremde erwarten müsste es hier vorne genau ich wusste dass wir bis hierhin kommen hätte ich es wird auch hier bei dem spiel drin gesetzt aktuell greift der kinder an so wie das aussieht da rund oben in der links in der ecke rennt in der lang schießt mal zurück ein hike noch nicht hier drauf schießen dass es denn so weg ist nachfakt für die gewunden kannst du den typen noch boxen er liegt der straße da ist sonst oder so gleich wieder da habe ich ja nicht die blut aber als jemand weg gewohnt ist dann auch was in einem tag hat was wichtig ist 22 basic martin spaß und abgerissen die dinger die typen ich bin noch mal träger mit ich habe jetzt noch 13 habe noch einen träger mit dem wenn die kinder bauter kinder drinnen was mit denen der dritte fox nebeneinander könnte ein bisschen weiter hinten bauen hier diesmal so und nicht so offensichtlich für die schrift und übrigens richtig gut wir sollten ab sofort immer auf hier versorgungsrand machen rufen herstellen top war die aber keine reichweite ja wird reicht in der bildschirm länge reicht du kannst aber schön die leute ran rennen und dann ist richtig tödlich ich habe die übrigens auf hier rum für dich also wenn du willst brauchst du keine waffe ja ich habe die war alle ich bin hier mit der ich habe schon für mich um die rum was erzählen das ding her 36 und meine gasmaske sehr vorbildlich von dir so einfach hier hat geflogen man stück weg ich habe keine präsenten also recht sitze ich habe hinter ihm auf 15 faktor gepackt jetzt ein bisschen dass ich überladen bin ja mann hier rechts mehrere also nur einer lassen ein habe ich das war der wir haben hat nur auf uns geschossen durch schoff ist richtig gut gab die leute um rennst das ist das bauarbeiters bester freund so mal die küsse mal hat ja was bringt das fox ist schießt von allein das ist quasi wie ein selbstständiger schießender turm und du kannst dich auch selber rein oder wie schnell du stoffst wenn du mit einem bier im dunkeln lang geschleicht der wahl die pc rumpur das sind ja die hat wartet rakete von unten anderer straßenseite die rakete hat mich direkt getroffen und dafür den fox soll nicht beschädigt ja hier sehen dass er süß schätze sowas nicht soll es mehr wert als du wir haben liegt noch da wo ist die sau ich hab übrigens noch ein bisschen material bei das ist serialles serialles spielenswert oh ja also zu mann macht das spaß ich kann da noch mal mein mein lehrvideo empfehlen was du noch hattest mit drei schuss drin und wenn ich meine vormaterial so ist das auf meiner leiche an die da direkt und ich habe mal anscheinend bringen wir noch mal fünf mit dann bitte fünf ok muss ich noch mal zählen oder mal kurz an den material rankommen und zu sterben die materie an der warte ich bringe ein paar handgranaten mit ja macht das fox hat er mal weg bernerts foxmeister malo ich hab erst gesagt eine englische version von dem video machen sollen dann stehst du um 10 uhr auf und dann hast du auch keinen bock mehr so richtig vor posten warum sehen wir den vor posten nicht ich dachte so was wird angezeigt auf der kate anscheinend ich wie sportlich er sich hier aus den außenposten raus wirft auch jetzt ist kinder aus beutem hier stacheln ist das denn hier ernst wo ist es auch eben an den typen und welchen trauma okay hast du material mitgebracht jetzt habe ich aber leider nicht da ist das box genau macht das erstmal weg wenn er kann gut ich guck es mir gerade noch mal im replay an denn die granate ist anscheinend irgendwie an der wand abgeprallt der andere typ war zum lück schon tot was eben reformt kitty mit mir ich wurde noch nie so schön selbst weggesprengt Ich hab die Granate anscheinend in die Wand geworfen. Nicht da raus. Ich dachte eigentlich, ich kann die da rüber werfen, aber anscheinend nicht. Wie würde mein Vater sagen? Du sollst nicht denken, du sollst nachdenken, mein Sohn. Och, dieser Stacheldraht hier mit auf der Straße. Was soll denn die Scheiße? Der hält nichts ab. Wie soll denn der bremsen? Ich meine, was ist der Use Case dafür, dass so ein Stacheldraht vor der Bude liegt? So, ich versuch das jetzt mal. Ja, das verstehen die Leute. Stacheldraht soll blockieren. Oh, ja, hier ist wirklich auch mitten auf der Straße. Aber sind die nicht ansicht? So, gehen wir uns die Sache nochmal angucken. Das ist ein Typ mit einer Schrufe, der Weg nicht. Das ist ein Typ mit einer Schrufe, der Weg nicht. Liegt ihr da noch, oder was? Ne, der steht da noch, der steht direkt vor der Tür und rennt da rum. Jetzt ein bisschen weiter rechts vom Weg. Und ich verblühte immer wieder. Ne, ne, du bist weiter südlich. Da, wo ich gerade sterbe und dann irgendwie südlich da vielleicht. Auf meiner Reiche liegt noch eine Granate, falls dir hilft. Dann stellt sich heraus, dass eine Granate zum Angreifen von einem Typen mit Schrufe, der nicht ereignet ist. Hat ein großes Leck, kannst du das, falls du das klären kannst nochmal erklären? Ähm, oh, naja, wie gesagt, ich habe dafür eigentlich das Video gemacht, weil das erklärt das eigentlich besser, weil da habe ich meine Gedanken ein bisschen zusammengefasst. Also prinzipiell, das ganze Ding ist erstmal verschiedene Krieger. Da gibt es immer so eine Karte, die sind manchmal größer oder kleiner. Die darum, dass eine Fraktion alle diese Städte einsammelt. Hier, diese, diese lierenden, diese lierenden Pfannen hier. Ich weiß aber nicht, ob die Lahn ist. Ähm, diese Dinger hier sind keine Städte, sondern das sind Außenposten. Nassbomb, wie zum Beispiel, das sind Spieler gebaute Betonbunker, die kannst du auch ausrüsten. So, der Clou ist jetzt, um hier überhaupt zu Ressourcen zu kommen, musst du halt irgendwie hier Waffen greifen. Also musst du hier irgendwie zu Ausrüsten kommen. Das heißt, du musst hier irgendwie, kannst hier ausrüsten und so einen Bunker hier abholen. Siehst du ja gerade, ich hole mir hier zum Beispiel einen MP raus. Und dazu einen Streifen Munition, wird wahrscheinlich reichen. So, der Ding ist, der Clou ist jetzt, die Munition kommt, die Ausrüstung kommt jetzt nicht aus dem Nichts, sondern die musst du, äh, die musst du vorher schaffen. Dafür brauchst du Ressourcen, wie zum Beispiel diese Panzer hier, das sind, ähm, die verbesserten, die bereinigten Ressourcen. Und die mussten aber noch umgewandelt werden, an, in Städten. Zum Beispiel die, die werden umgewandelt in, wo ist denn hier, nicht so gut, dass das was hat. So ein Schraubschulsymbol ist das. Hä? Hier im Süden gibt's der Tschindianisch davon? Hier, hier ist das nicht das Symbol. Also wenn wir zum Beispiel jetzt Ressourcen haben, wenn wir zum Beispiel, also diese, das sind die Grundmaterialien, das ist das Scrap Metal, also das, 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 das Rohmetall. Das muss umgewandelt werden. Hier zum Beispiel ein Thunderfoot, dann wird daraus Basic Materials. Und aus Basic Materials werden zum Beispiel Wände gebaut, oder diese, diese Foxholz, die wir ja die ganze Zeit aufbauen. Wird dann durch simulisiert, ist ein Stahlträger. Das heißt, du brauchst halt immer eine stetige Logistik. Guys, stopp building so stupid barbed wire, they do nothing, like literally nothing. What use case have those barbed wires? When the enemy comes, they have cars and drive our world, or they will walk it down to our points. Okay, just shut up. Okay, just shut up. Okay, just shut down. Was, was kann ich? Was schießt denn da aus dem Wald eigentlich? Was, was kann ich? 13 Material, äh, 15 Material noch, dann können wir bauen. Ja, ich hab nichts rum. Was ist denn das hier im Wald? Ist da noch ein Foxhole oder so? Warum macht das keiner weg? Ja, ist bloß nicht. Man kann übrigens mit der Wrench, kannst du auch die Stahlräder weg machen. Oh fuck, das ist schon da schön. Hast du grad unbedingt Minikit bei? Ja, wo? Ne, leider nicht. Aber ich seh das Ding da nicht, das Foxhole. Der wollte dich heilen hinter dem. Oh, komm back, komm back. Are you fucking serious? Was ist das? Ach, da ist das. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Du musst ein bisschen mehr in die Details gehen. Also, das Foxhole mal auf dich legen, mein Junge. Warte. Kauf uns ja einfach mal eine Hatteladen. Also, dann schießen wir ja immer wieder in den Wald dran und denken, da ist einer. Im totalen Nord-Ost ist ja ziemlich schlecht. Oder ein Privat-Pot-Dutch-Man-Utsch, Junge. Achso, man kann halt diese Punkte hier ja auch als Respawn setzen, aber dafür brauchst du halt so Standard-Supplies. Und sobald die alle sind, kannst du halt dann wieder Respawn. So, wo ist das Foxhole jetzt? Da, steht da. Einfach mal ein bisschen hier rumrennen. Ah, ich guck doch. Na klar. Irgendwie hat's doch auf mich schon. Ich hab noch eine Granate auf meiner Leiche. Ich hab noch eine Granate geworfen, das sollte jetzt nicht reichen. Ich glaub, ich hab die gewohntet. Was? Ich wieder mal selber gespreng? Würde mich nicht verwundern. Kommt das was vor? Ne, ich hab eine Granate, das hat Foxhole geworfen und das ist explodiert und dann hat den weiter geschossen. Also, Granaten sind ganz so effektiv, wie ich dachte, das sind. Aber vor allem, wenn ABCs die Dinger mit einem MG kaputt schießen können, kann man die nicht auch so kaputt machen? Ja, du triffst es halt ewig lang. Ich glaub, mit einem MG kannst du es kaputt schießen. Rein theoretisch. Aber ich saß ja da drin und die MG haben mich drauf gehalten wie nichts. Ich bring noch mal zwei Granaten und dann gucken wir uns was an. Ja, da bin ich gespawnt. Ja, ist schlecht, ne? Ich persönlich hoffe, dass an meiner Leiche da noch Sachen liegen. Ist das Foxhole noch da? Ne. Ich hab dann gleich auch durchgeblendet. So, meine Dings sind die Mobs, die meinen. Ah, ist weg, das Foxhole. Dein was? Meine Bandage. Sind die selten? Nö, ist okay. Ich guck gerade, ob hier ne Ungeheuer ist. Ich setze hier ein bisschen ran. Alles ruhig hier. Du hast jetzt noch einen Feind in einem Foxhole. Okay, ich hab noch zwei Granaten. Wenn du in Richtung Südwest guckst. Komm gleich zu dir. Nice, Beyonce's Portal. So. Green Ash brauch ich nicht. Ja, ich hab's genau drauf geworfen. Und er ist nicht, und das Foxhole, also es lag genau auf dem Ding auf der Decke und das Foxhole ist nicht kaputt gegangen mit ihm. Hm. So, wo bist du jetzt genau hier? Bin jetzt gerade raus hier am Tor. Am Tor, am West Tor. Hm, komm mal. Und dann musst du da nochmal ne Granate hinwerfen. Steht da nämlich immer noch. Steht auch noch im Bunker, musst du aufpassen. Außerhalb des West Tors, oder? Ich bin jetzt gerade auf der... Hä? Da wo wir die ganze Zeit sind, das war doch das West Tor, oder nicht? Das war das West Tor, ja. Ich war aber auf der anderen Seite von der Bude wahrscheinlich. Weil dieses Doppeltor, wie auch immer das gebaut hat. Genau, Doppeltor, da sind wir. Matic? Anyone? Das ist auch ein W.O. 2. Stay there. Thank you. So, Granate? Ja, das Foxhole ist, wenn ihr jetzt hier mir hinterher rennt, da oben nicht. Da oben ist es. Da einfach ne Granate hinwerfen. Wir lenken uns ab. Reicht, reicht, reicht. Geben wir ein bisschen Spaß an damit, oh mein Junge. Das sah lustig aus. Da hätt' das noch nen Tuch. Da brauchen wir natürlich auch nicht hoch, da gegen was kämpfst du. Da gegen das nächste Foxhole, was dahinter steht. Ja, aber wenn du keine Granaten hast. Juuuut, bring noch mehr Granaten mit. Ach, da liegt ja noch einer. Ach. Gibt es halbautomatische Wehre? Noch nicht. Noch nicht. Kommen aber bald. Und zwar, der Entwickler. Der Entwickler hat schon, ähm. Warte mal, was ist denn hier? Zack. Der Entwickler hat in sein DevBlog schon geschrieben darüber. Moment. Ich lade gerade mal an den Bildschirm. Ähm. Das, was ich vorstellen könnte. Genau, die haben hier schon angekündigt, hier. Lustige Fahrzeugverbesserung. Und wie das ist jetzt hier. Das ist das Update, was aktuell raus ist. Und die haben in den letzten DevBlog. Guck mal hier. Jetzt müssen wir ein bisschen Granatenkraften noch. Ach, scheiße. Wir haben keine Granatmänner über den. Hätt' ich. Genau, hier der DevBlog 19 haben sie genau über, da haben sie nämlich darüber gesprochen, dass man die Charaktere, da haben sie sich ausgedacht, dass man jetzt vielleicht verschiedene Klassen, äh, Flammenwerfer haben sie sich auf jeden Fall vorgestellt schon. Das hat alles noch in der, in der, die Dings hier. Da haben sie irgendwie andere Maschinenpistolen noch. Und wo, genau hier haben sie das Carbine noch vorgestellt. Das sieht ein bisschen verdächtig aus wie ein M2 Carbine. Oder ein M1 Carbine. Da haben sie gemeint, das ist, äh. Das wollen sie als nächstes haben. Da haben sie hier noch irgendwie den, 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 den Kriegsmodus. Den ganz großen Kriegsmodus. Also aktuell, wir spielen hier gerade, wir spielen gerade Whitewoods. Siehst du ja? Das ist die Kart hier. Das ist die Kart hier. Okay. So. So. Ich mach ein Medikit mit. So. Granat mitnehmen. Oh, der wär Tag. Schön. Naja, das Spiel ist halt noch. Das ist, äh. Ziemlich neu. Sag ich mal. Aktuell ist es doch noch kostenlos. Ich nehme an, das wird dann auf demnächst Geld kosten. Weil, ne. Sind da eigentlich Mörser? Das wissen wir noch nicht. Ich nehm mal Mörser mit. Ich nehm mal Mörser mit. Oh, der Mörser war die Dinger einfach eins nach dem anderen weg. Ist einfach. Warum kommen wir nicht darauf vor? Jetzt Hotaris. Ähm. Du einen beantwortest bestimmt die Fragen. Wagenfack? Äh. Ich hab Gunnar gerade gesagt, dass dem DevBlock schon angekündigt haben, dass da Zeug kommt. Genau. Also Panzer wurden nicht angekündigt. Aber sieht man auf den Konzeptarts und das passt ja eigentlich zu so einem Krieg. Aber ich weiß noch nicht wie sie mit dem Balancing machen. Die ABCs sind jetzt schon recht stark, ne. Eine Panzerfahrt schon nicht aufgelaufen. Oh, God. You guys don't risk it. Die ABCs sind aber auch mehr als andere. Apo oder ABCs? Ich hab noch jetzt eins kaputt gemacht mit einem Schuss. Das brennt dann von alleine. Oh, God. You guys don't risk it. Ja. Aber keine, jedenfalls keine Dings. Oh, ich hab jetzt ne drei Schuss mit. Oh, fine. Jetzt ist doch Tag. Das musst du mir mal sagen. Ich komm jetzt wieder zum Nordtor. Äh, Westtor. Mhm. Guck grad, ob so ne Gaskanal gegen Foxo vielleicht doch irgendwie wird hilft. Anscheinend nicht. So, vor dem Bunker müsst ihr aufpassen. Ich weiß aber nicht, ob man die Bunker kriegt, man die mit Dings weg mit, äh. Oh, das ist guter Wurf. Jawohl. Aber ich glaub ich lass mich das lieber mit Mörsermann. Ich glaub ich's günstiger, oder? Geht mir aber mit dir aus. Oder zu mir auch. On my way. Okay. Ich reparier' das mal hier. Das ist ein Turret. Kriegt den weggemörsert? So ein Gun Turret? Äh, hm. Ich frag mich grad, ob man so einen Betonbunker hier, ob man den mit der Ranch von hinten kaputt reparieren kann. Der Schachter kann's auch mal nehmen. Mal erstmal das Ede Foxo da noch kaputt, oder soll ich alle drei Motor Shads auf den Gun Turret hohen? Ich frag einfach mal, Schett. Ich frag einfach mal, Schett. Du musst auf dem Ziel drauf bleiben. Ich bin zurückgegangen mit der Maus sofort. Achso. Das ist recht down, das ist das Ding jetzt. Ich hab hier mal in der Küste mal ein bisschen Munition abgelegt. Kann der nicht fahren. Äh, ein Schuss Gun Turret weg. Was? Vielleicht war er schon angehittet? Keine Ahnung. Schau mal auf jeden Fall jetzt noch ein paar mehr Motor Shades. Hahahaha, die Schrottwinte! Herrlich! Let me live. I'll cook, äh, bacon and eggs free. I'll make you a proper good breakfast. Also sterbe ich dafür? Nein! Okay, das war richtig dumm. Ich hab den einen Typen hier boxt und wird dann leider von diesen Dingsbums kaputt gebaratet. Fogbogoda. Ah, wir haben neulich Supplies gekriegt, den Dings hier. Ich bring mir hier so eine... Ja, die sollen aufhören hier drinnen die Foxhole zu bauen, die sollen die draußen bauen. Kann auch gucken, ob ich mit Leuten hier reden kann. Äh, da, 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 da. Äh, da, 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 da. Äh, brauchst du noch Shells? Das haben wir grad aus dem Dings. Ich stell mal ein paar Jahre hier. Ich hab grad neulich gekommen, sind wir 50 drinnen. Läuft. Ich glaub, wir haben auch Hobbitzen Schellen. Ich hör mal das Spiel den nächsten Tag auch mal. Wie gesagt, das ist sowieso kostenlos auf Steam gerade. Also von holen kann da nicht die Rede sein. Das ist halt da. Bis wo ist safe? Ähm, das ist grad ein bisschen ein Problem mit Marvel schon um uns ranzukommen, weil das Problem ist, die haben Sentry eingenommen. Dann Sentry ist auch, ist auch, ist auch Krawall. Ich weiß nicht, ob du, wenn du über Hermits West oder hier durch, also hier das irgendwo ein See hat, hat ich bloß vorhin festgestellt. Wenn du hier dich an den Fluss langschreifst, weiß ich nicht, ob du das schaffst. Ähm, was du auf jeden Fall machen kannst, ist, das ist aber auch riskant. Ähm, du könntest hier den Weg ran, hier dann den Fluss hochlaufen. Ist wie gesagt relativ schwierig. Also die einzige sichere Route ist eigentlich von Thunderfurt, die Straße runter nach Thunder Road. Gut. Problematisch ist allerdings, das, äh, da ist das eine Gegnerbasen. Wir haben hier vorhin auch schon Stumm gemacht, also ab und zu ist hier auch so ein bisschen Feinkontakt. Also das ist halt gerade, ähm, ne? Aktuell gerade schwierig hierher zu kommen nach Thunderdings. Bums bin da noch nicht da. Also du könntest wahrscheinlich einen Truck in Thunderfoot chartern, weil hier fahren regelmäßig Versorgungstrucks umher. Da könntest du wahrscheinlich auch so durchkommen. Nehme ich an. So, soll ich mal gucken, ob ich die Bunker sprengen kann? Nö, mach. Irgendwann muss man es ja mal rausfinden. Ich hab vier Schellen bei. Ich komme zu dir. Ich will mich auf den Weg machen. Wie gesagt, richtig spannend wird es eigentlich, wenn man hier so eine Angriffssituation ist. Wenn der Gegner auch angreifen. Jetzt machen wir ja gerade eigentlich nur Kampfmittelbeseitigung hier. Und der Fuchs ballert damit seine Adler. Was diese Wand da soll, ne? Was ist das für eine Wand? Die tut nichts. Nichts tut die. Ach scheiße. Und, und was? Wieso? Na, ich bin falsch abgebogen und bin vor so einem Betonbukerl abspricht. Die Straße runterlaufen, statt links von der Straße zu laufen. Ach so was dämliches. Fuchs kill teammate chaos roxy? Ja. Er ist an den Bunker gerannt. Der Idiot. Drei shells brauchste. Nein, schon viel. Nein, schon viel. Jetzt habe ich keine Shades mehr. Kannst du noch mal welche mitbringen, bitte? Hm, muss ich aber bauen. Ich hole mir noch ein paar Würstchen. Wuh! Eben Bunkern ist hier noch. Eben Treffer glaube ich brauchen wir noch. Das kann dauern. Warte doch, die steht also da. Was? Was steht da? Steff halt gerade einmal die Sache mit doch, die steht also da. Hast du einmal die Fracht in den Chat? Warte, ne. Warte, ne. Also dafür, dass ich heute das Orna spielen wollte. Sind wir froh, dass es nur eine Wand ist, keine Brücke? Ach so, wegen der Wand da. Da. Ihr könnt ja auch schlimmer sein, als könnte das Auto dranbleiben. Wir haben nicht nur die Schatten. Wir werden die Schatten nicht so weit. Wir sind aber auch gerade zu, wie ein Schipier. achten wir greifen die uns an oder was ich hab deine schellen bei ja da laufen noch leute von uns hinter lang hinter dem pc das ist unser pc glaube ich ja gut dass ich nicht geschossen habe richtig gemacht als ja du reichlich seit drei stets als das weiter mit dem reinigungsprogramm fortführen fortfahren mensch gegner kevin flitze 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 nein 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 ich bin tot was blute total die gewohntet da ist ein gegner mit einem mp naja gut meine sachen sind ja nicht weg gott sei dank ich hab gerade noch eine piste warum ist denn der tor hier offen wir können ja eh nur um die seite rum ja aber trotzdem korps kämpfe deinen leichen mit meiner tollen pistole ich hätte mir doch vielleicht nur Revolver mitnehmen sollen ja kritik gewandet nice ist der da immer noch das ist die ich bin ich bin die ". es harte ist die w w w w ich bin fester kommen jetzt mit einer stange im team ausreichen für die typen ist weg mir liegt doch noch alles rum jetzt du kannst du aber medic wäre geil liegt auf meiner leiche genau die da müssen aber wie soll ich mich selber verheilen naja rein out hallo ich bin ich drauf über die die gewisse auf dem boden sehe ich gerade ich habe eigentlich alle auch gesammelt das habe ich gesagt so frage ich mal jetzt hin zum ferngas bei also noch von hinten an die buchanien wo sind hinten ich glaube sie meinte ich habe auch dabei außer links hier haben im mp wo wirst du jetzt über der straße ich wollte mal die bremste ausprobieren das sind ja mit ütes mädchen verdammt man kann gut gar nicht von hinten auseinander nehmen nach bei dem buch ist er an den direkt an der straße vor der base liegt hier ist bravo hier bist du das hinter sich weil da kann ich meine leiche plünder war noch mehr schilds da kann ich ja so ein vorko hoch so siehst du bestätigt hat ein volltreffer glaube ich muss weg sein nochmals vier raketen mehr also allerdings so was hier noch was okay ich habe keine Waffe bei außer dem pistol naja hol mal den Mörser raus wenn wir die typen wollen wir stehen hier alles weg gerannt verscheucht also warte mal ich stehe ach ach loot mich du musst einen neuen Mörser mitbringen ich habe die shells für den Mörser ich würde generell davon ausgehen dass wenn man überladen ist und sehr viel wert bei hat lieber erstmal rückzug antritt und taktisch danke professor da geht auch gerne gerne aber taktik studiert hat was das mocker hat ich möchte das sollte man auch kanal macht ja gar nichts wenn die das zeug jetzt kriegen wenn er bmals auftauchen kann man erst mal anfangen fox in den wäldern zu bauen jetzt auch eine idee und wem da ist anscheinend noch in den fox holen allerdings und spieler so glücklich nur sind deine leiche million straße runter ein stück ja da liegt ja ich glaube es schon sauber gemacht worden hat das nicht habt ihr ist noch ein fox holen was kann eigentlich das ding der kopf mit machen dass er die sie dann kommen wir wenigstens an den ich habe die mörser schützen kaputt gemacht hier liegt der mörser ja damit haben welche neu alles klar die brauche man also nicht mit mir sondern saubern das machen ist nicht ob die die auch mg torres kaputt schießen können ich glaube nicht ja sie sehen das auch noch mal zielwechselt hatte da setzte sekunde bis ich mir dort nee ich habe so viel ja du bist hier bist da ich sterbe jeden tag so habe jetzt auch noch mehr mp holt und alles mögliche wir möchten ein paar stellen abnehmen habe nur eine ach so naja wir sind was wir dem rest machen was ich noch gefunden habe jetzt sind wir also die mörser ständigen männer mit das vom niedriger oder schießt auf den scheinbucher so machen wir können ja oder umstehen aber ich meine wer hat sich die steinbucher verändern sie würden sie drauf haben sogar zwischenderte noch mal geladen und immer noch das scheiß ding was braucht ihr euch für versorgen granaten werden nicht schlecht die granaten sind immer gut oder hier wenn du wirklich persönlich vorbeikommst Mörderschellen immer Mörderschellen gut den rest lassen wir das APC machen würde ich sagen mal gucken ich habe jetzt noch drei Schellen ich habe noch zwei aber vorher sind wir noch den Bunker Revolver Munition auch in Ruhe über Revolver Munition nicht hingelegt da vier Stück müsste im Boden liegen naja aber ich habe keine Ruhe ach so ja ich klingel du bist wachs habe gerade ich bin gerade am sie los schaust klüpp 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 Was? Was ist denn sein? Gegenmaß oder was? Ne, ich hab auf dem Foxhull geschaut, wenn der Typ drin ist, schnell kommt an, der Typ steckt aus, rennt ganz schön gemütlich weg. Oh! Da hab ich noch richtig für dich. Ich komme! Jimmy! Danke, Bro! Den schelle ich selber weg. Den Affen. Ich glaube, dass ich den anderen Booker noch... Ja, der ist doch down. Jawohl! So, mein Mörser ist quasi leer. War schon fast Level 8 jetzt. Bin... Kurzer vorher. Das ist das hier eigentlich für komische, was die Animal haben. Wir sehen nicht, so ein Ding hatten wir aber auch schon mal. Keine Ahnung. Soll er da Rasen wachsen oder was? Gucken wir mal, ob wir hier noch was looten können oder das ist versprengt. Das versprengt. Noch ein Foxhull. Ich hab auch kein Mörser mehr. C Foxhulls noch. So, ich hab nur noch eben Mörser. Wo ist denn unser Epi-Szenen? Das weiss ich nicht. Ach, das raucht. Scheiße. Anscheinend kriegt das doch Schaden von den Foxhulls. Ah, KKP. Er sei noch aus meinem Chat. Er wirft die Produktion von Foundry an. Wo ist denn Foundry? Wo ist denn Foundry? Da oben! Ja, ich könnte mit dem Mörser. Ich hab noch eben Schuss. Nein, komm, wo du hast einen Truck. Ohne Truck kommst du ja auch nicht weg. Hat das einen Typen? Ja. Kannst du mich verbinden? Oder nochmal aufgehen in deinem Notfall? Ich hab nur noch sieben Schuss für die Rifle, ich hab auch keine Munitionen vorbei. In dem Bunker sitzt wieder der Typ drin. Ja, da sind nur noch zwei Leute dahinter. Rechts im Wald. Aber der Bunker ist gleich kaputt gegangen beim ersten Schuss. Trotz Treffer. Tja, jetzt ist es ein Zeichwort, ich habe heute. Na ja, können wir uns eigentlich hier zurückziehen, oder? Hm. Ich bin eigentlich prinzipiell, das ist ja schon relativ spät. Also ich würde jetzt nicht mal anfangen, wie großartig was zu transportieren, sondern kommen wir einfach so her. Und wir kämpfen einfach mit den Vorräten, die wir haben. Oder wenn du halt kannst bringen, wenn du irgendwie noch eine LKW-Truppe hast, kannst du halt auch eine Kiste mitnehmen. Aber... Hey, soll ich den Börder wegschmeißen, oder soll ich den Börder wegschmeißen? Oder soll ich den Börder wegschmeißen? Ne mit. Trag auch. Trag auch. Trag auch. Trag auch. Okay. Trag auch. Trag auch. Trag auch. geschossen. Na, schöner, ja. Komm, machen wir mal ein Foto mit. Also ein Fernglas abgezogen. Man hat Munition bei für sie wäre ja viel wichtiger für mich. Zack. Lay looted. Aber wir reden hier irgendwie kaum mit uns eigentlich die Fühle. Ich nenne sie nicht so englisch. Wir sehen, das war irgendwie besser. Wo wir eine Kolonien waren, haben wir alle geredet. Ja, guck mal, es wird auch ein neuer. Wie im SPTE. Ja, gerade kam es ein VO2 entgegen. Hätten sie wenigstens mal fragen, was hier abgeht. Ein Kargo dahinten ist auch ein VO2. Warte, was heißt denn der? Railwind Officer? Ich glaube Railwind Officer heißt das. So, MP. Gasgeladet. Das ist relativ hoch. Submit, du stockpile. Ah, die haben auf mich gehört. Na ja. Er hat nur auf den Norden und wurde gebrochen. Sag ich gern. Guck mal, ich will hier mal mitnehmen. Bandage. Wir könnten noch Mörserschellen holen. Weiter zu machen, oder was? Na, Brunnenmaterialien sind ja gerade nicht hier, ne? Ich guck mal, ob hier irgendwo in den LKWs sind. Hier sind noch relativ wenig Leute gerade. Wo sind die alle hin? Geht nur jemand zurück, ob man vielleicht mal umstapeln könnte. Was sagt denn der VO2, was wir machen sollen? Eck verstehen. Hier ist Formatreal. Hier sind 400, ne, 300 Stück sind hier. Ist natürlich kein Hammer mehr. Ist natürlich der Hammer. Ah! So. Ähm, ich hab jetzt 100 Dings mitgenommen. Für Foxholtz. In dem LKW, in dem zweiten, da kannst du nochmal was rausgreifen. Hm. Stellen wir erstmal den Wald voll. Moment. Ich bin hierbei. Komm, der hat die Kiste hier in die Bude gepackt. Dann haben wir bei. Ich hab natürlich keine Hammer. Ähm. Lockt. Also die beiden PDE, die gucken, die machen das, was ich auch mache. Sind sie gerade ein Stück mitgekommen. Not authorized to transfer items. Merk. Für welchen LKW hast du denn? Den hinteren LKW Richtung Westen, Norden. Also zu links. Ja, da bin ich. Bist du in der Koalition drin, von der ich nichts weiß? In dem da, genau. Ja. Da bin ich nicht drauf zugreifen. Da hast du nicht zugreifen? Nee. Ist da? Ja, dann komm mal her und mach, wenn du da rausgreifen darfst. Ja, warte, ich baue erstmal, komm erstmal her, gebe ich dir erstmal meins. Okay, ich schreibe gerade ein Transport von Target ist unterwegs. Oh, und kannst du da reingucken, wenn du nicht rausnehmen kannst. Ist so gar nicht lockt. Mach mal Kuh. Na, das ist Kultionsvehikel. Steckt niemals in Coming Thunder Road. Guck mal da unten. So, da bin ich. So, da sind die gerade abgefahren von der Nordwest. Achso, da sitzt gar nicht mit drin. Ist gleich fertig. Was war das? Ein Typ. Ist der tot? Von unten schießt die auch heute? Was ist hier unten? Ist da noch ein Foxhole oder was? Ist da recht viel Wald hier gerade? Ich brauche erstmal noch das zweite Foxhole. Ich sehe ja anische. Wenn es ein Foxhole ist, sehe ich es nicht. Ja, ist ein Foxhole. Auf der anderen Straßenseite rauskriegen. Hier, da. Ding schießt doch. Lass dich ja mal heilen, du blutest doch hier. Danke. Hast du ein Hammer bei? Ich habe ein... Ne, also kein zum Abgeben. Ich habe noch ein Traumakit auf die Tasche. Achso, ein Hammer. Hammer habe ich ja. Da hätten sie... Fräuche und andere Seite oder was einfach? Was macht die da den Krach? Na ja, ähm... Erstmal hier ein Baum. Das ist erstmal so ein Sicherungsding. Ach ja. Was ist mit Tits passiert? Achso, ja. Tits hat sich verändert. Ein Update. Manche würden es auch eine Verbesserung nennen. Andere in der Front für die Augen. Jeder wie er will. Oh. Sitz auch noch aus wie eine Rakete. Hm. Die schießen wir wohl. Kannst du den aufheben? Oh, kann. Können tügt das schon. Los, mach. Ich gebe Deckung. Das ist okay. Kannst du dich selber blute? Ne, nur verwundet bist du. Ja, dann gib mir mal, ähm... Gib mir mal die Dröhnung hier. Warte mal, kann ich erstmal kurz noch mit dem Fernglas gucken, wo vorstunke wird? So sei es. Zwei im Wald links von uns. Okay. Links von uns, unter unserem Foxol. Bei deren Foxol. Da kannst du nicht hin, weil da ist ein Foxol von dem. Komm gerade hier sehen, heim ich mal. Dann können wir hier Action machen. Hast du denn gebrauchbarer Waffeball? Ne MP. Okay. Krieg ich das wieder? Selbstverständlich. Guck mal nochmal ein bisschen. Es ist dunkel. Direkt in der Mausen, zwei Typen. Ja, das ist gut. Wir brauchen das von der Pulser, damit wir auch eine Kampagne bauen können. Ich will sehen, ob ihr euch noch mehr als ein Small-Arms-Hammel und ein Small-Arms-Hammel, das sind ein SMG. Okay, das ist die Kampagne. Ja, rechts von dir muss noch ein Leiter sein. Den hab ich. Und dann hat sie nachher gezogen. Wir brauchen ein Small-Arms-Hammel, ein Small-Arms-Hammel und ein SMG. Okay, ich werde auf das. Danke, Mann. Wir sitzen im Foxol. Looter. Kannst du mich heilen, schnell? Danke. Achtung, da kommt er wieder, Feuer! Ähm, droppt er mal was? Heim ich mal wieder? Ich produziere eine 15 Mördgeschuss für mich, wird so schnell los wie ich nicht Ey, du musst die nicht produzieren, also du kannst die auch als Kiste machen, ne? So, der Job ist da So, das ist die Rocket Launcher an diesem Korb, aber keine Rocket Woah, Foxhole Ah, Stoff nochmal weg Wurf weg, wurf weg Da ist ein Foxhole, du kannst ihn nicht runter Ist im Rocket Launcher vielleicht noch Munition drin? Muss er rum? Hier, best mal unseren Kumpel drauf Jo, ist noch eine RPG Schell drin Na denn? Ähm, müsstest du mal weg, so ein bisschen rumlaufen, dass ich den freie Schussbahn habe Ich sehe das Foxhole übrigens auch nicht ganz schlecht Da ist es Ah, keine freie Sicht drauf Das ist der Typ, ihr starben bei AppsFan, den ihr nicht aufgehoben hat Ach Steht noch, Scheiße Näääh, du hast wahrscheinlich kein Traumakit bei, nehme ich an Nope Am nächsten Mal hast du auch nicht vorher auf dem Boden für deine Aktion. Ich hatte nicht vor zu sterben und angeschossen zu werden. Hast du noch wichtige Sachen bei ihr habt? Einstreifen, Munition, das Traumakit und dann halt das Medikit. Na gut. Entschuldigung. Ich dachte, du hast das Video angeguckt. Bring mal Granate mit oder so, dann ist das Ding auch weg. Ähm, ich kann dir Mörser mitbringen und Mörser shells dazu. Na ja, Ehen brauchen wir nur noch. Wie gesagt, das System funktioniert so, du kannst diesen Waffen lehnen mit Basic Materials, kannst du Kisten herstellen und die kannst du in das Supply reinpacken. Also du musst nicht die Dinger hier, so wie ich jetzt gerade die Dinger einzeln abholen. Was heißt Mörser auf Englisch eigentlich? Mörter, lustigerweise. Also sowohl der Mörser, also der Mörser und Schlüssel Mörser heißt so und der Mörser Mörser zum Rumballern ist auch Mörser. Also Mörter. Genau, Mörter kenn ich noch aus, aus diesen, aus so einem komischen Mod für Morrowind. Als Alchemie-Mod oder sowas. Ich hab doch extra so ein tolles Video gemacht, Kegipi, wo ich, das ist das, ich hab das Video jetzt. Ich finde halt, dass es, äh, so Basic Tutorials machen ist ja irgendwie mein erheimliches Hobby, hab ich manchmal das Gefühl. Das Problem ist, dass wir grad bei dem Spiel, wo Fox, wo ich so relativ wenig Ahnung davon hab, hab ich mir auch ein bisschen, hab ich mal ein bisschen Angst, dass ich vielleicht ein bisschen Quatsch erzähle. Obwohl ich bei, ich hab jetzt wirklich nur die Sachen gecovert, die ich, die ich wirklich denke, wo ich da, äh, wo ich auf der sicheren Seite stehe. Ich hab grad gefragt, ob sie draußen bleiben sollen oder drinnen. Oh, du hast keine Austransporten, ja. Ich bin freundlich drauf hingewiesen, dass sie einfach die Gegend sichern sollen. Oh, Kegipi, schreib einem, der soll im Chat schreiben, dass er Transport braucht. Achso, ja stimmt, ja, das ist natürlich die beste Idee. Also das ist, grad wenn du so an viel befahrenen Straßen bist, wenn du beide... Sentry, so wenn sie fallen, ne? Sentry? Da könnte man's mit einmischen eigentlich. Oh, äh, das ist doch immer noch ein Gegnerhand. Der ist ein Gegnerhand, ja, war aber die ganze Zeit weiß. Nein, das haben die von einem Schlüssel schon gehört. Ja, ich hab dich mitbekommen. Ich seh grad, ich lieg ja direkt auf der anderen Seite von der Mauer hier. Na, wollen wir nicht nach Sentry? Können wir, ich hab jetzt mit Börser mit drei Kugeln, Bräu. Ein paar Waldischer Mütze im Sentry wären auch nicht schlecht. Oh, der in hat mich kommentiert. Mitten in der Nacht Waldschermütze, jawoll. Kann mir ja persönlich nix besseres vorstellen, als Waldschermütze in der Nacht. So, mein liebes Foxhole. Jetzt komm ich! Na scheiß, wo ist denn das überhaupt? Verdammt. Gute Tatsache, dass es noch schießt, nehme ich an, dass es nicht kaputt ist. Gute Tatsache, ich bin natürlich das einzige Mitglied im Sierra Squad. Sierras Squad? Hm, so können wir den Lkw übrigens nehmen, wenn ich das einzige Mitglied bin. Da kannst du ihn anloggen und auch für andere Zug nicht machen. Wollen wir mal sehen. Also bist du quasi Mitglied von der Koa, die jetzt dicht gemacht hat? Die ist nicht mehr online, die Leute. Ja, das ist mein Lkw hier. Nice. Außerdem ist der für mich offen. Naja, dann können wir Kikipi abholen. Ich habe übrigens diesen unsinnigen Bunker hier mit einem Wald gespringt gerade. Aus Prinz. Aber den kann keiner rein, solange ich denke ich mal in der Koalition bin. Dann kannst du den anlocken. Achso, der ist ja nicht lockt. Hä? Da musst du das Zeug rausholen. Ich bin jetzt am Osttor. Das Problem ist, wenn ich mich mit jemandem unterhalten will, entweder nuscheln sie oder ist es so leise. Komm mal zu dem Lkw, du kommst jetzt mein Übersetzer. Frag mal den Wo2, was er möchte. Okay, ich bin wahrscheinlich ein Translator für Fuchs. Okay, ich habe einen Trucker, ich habe einen Trucker, ich habe einen Motor Rounds und B-Mats. Kann ich einen, zwei Leute, um einen Motor zu holen? Und einen Motor zu holen? Und einen Motor zu holen? Und einen Motor zu holen? Ich kann mich nicht hören. Das Endgame-Voße ist leer. Was hast du gesagt? Um, du bist irgendwie hart zu verstehen. Aber ich glaube, du willst den Motor zu transportieren? Oder irgendwo? Oder irgendwo? Ja? Ja, genau. Mortars in B-Mats to East Sideway. Ähm, ich kann es nicht öffnen, denke ich mal Burnout. Weil, wenn ich es aufmache, also wenn ich, dann müsste ich die Koalition vertreten, weil, aus, raustreten. Ich weiß nicht, weil ich der Letzte bin. Könnte es sein, dass ich dann keiner mehr hat. Und so haben wir den, wie es noch wissen. Hm, hast du so. Ich könnte auch die Materialien rausgeben. Ja, wir verstehen das. Wir sind in eine ein bisschen lustige Situation. Fuchs ist in eine Koalition, äh, Koalition, äh, Koalition, das nicht mehr existiert. So, er ist der einzige, der kann den Truck accessieren. Und ich kann nicht. Aber wir können den Truck totally nutzen. Ich kann den Truck erleben für, äh, Transportasen, äh, Transportation. Hm. Okay. Well, we still need Mortars, because we have no explosives here. So grab a couple Mortars, and we'll head over that way. wohl du also meinte wir so ein paar mottes greifen und den formen los warte mal so viel hat ich immer noch ein bisschen für schelz platz machen wir na wie man es will auch vorbringen ab wie man es haben ein paar drin hier habe übrigens ein wrench hier drin vielleicht kannst du auch einfach den lkw hacken könnte ich machen aber wollen wir das übrigens er ist auch offen hier der lkw also den nehmen der zweck der untere hier wo ich dran stehen würde ja mal einfach den ich habe hier 43 das würden immer alle draußen ein paar b-mats make sure we have a couple medics as well for this ich bin nicht autorisiert die items zu bewegen aus dem vehikel ich bin nicht autorisiert die aber du konntest es gerade fahren ich könnte die items in den park reinpacken aber du hast doch gerade mit dem ding nach hinten gerollt oder nicht ja du warst doch gerade am fahren mit dem ding ich kann nicht mal fahren ich kann nicht draußen aber ich kann einsteigen dass sich behindert liegen die sachen jetzt drinne ich bin ja du und vorher erstmal testen dann müssen wir halt den anderen lkw doch oder beladen da war es denn jetzt so ist jetzt haben wir die ganzen mord die b-mats habe ich hier noch drin in meinem lkw noch ich bin nicht aufgeregt jetzt dieses ja jetzt und ich hab dann ich kann auch hier bleiben und und du bist 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 bankers in satsch kann sich gleich mit unser laster mit vorn wie hast du dich 30 mörder so mein lkw ist noch platz für zwei slots machen wir den großen angriff shouldn't we wait for daytime so we can see something die logik finde ich schön dass sie uns nicht sehen können aber ich weiß leider auch nicht wo die dummen buchler sind nach süden nach süden ich denke wir wollen der centrie nach ost natürlich ich stecke dass man den lkw stecken und ich kann muss alleine fahren ich kann ihn stellen kann ich kenne ich könnte einsteigen das geht auf jeden fall warte ich muss ja noch kurz meine wer loswerden kann lossehen okay gleich da ich habe übrigens noch sprit auf tasche ich weiß nicht warum die stimmen so leise sind alles ist übelst laut du kannst drühe doch das sfx volumen kleiner und macht dann das spiel in sich lauter du musst kurz gucken in der rakete kann ich noch mal was für ein 8 sfx ja machst du das leiser für alle und dann weil die stimmen sind immer gleich laut wie gesagt fragte ob du im auto test das ist immer noch sehr leise das ist immer noch sehr leise ach ja mach mal passt schon steig in jetzt und dann sag mir wo es hin geht äh westen wo du jetzt im koalation junkie eingeladen ich werde diese koalation gleich nach dem ist also wenn die lastet das ist wenn du willst noch akte aber komm mit einfach ja wie gesagt wir spielen immer so lange ist jetzt schon nur noch was wenn du hast jetzt in der batterie einhälschten hast du einmal kampf du musst mal das sagen dass sie dann angucken wo das ist wir wollen auch cent wie soweit wie geht und dann da die verteidigung brechen also erstmal da wollen die gehen gerade waren wir sind den weg runter gegangen von zanderrott richtung border watch waren wir sind wir ernst sicher wir sind überhaupt flüge das war der weg die wir runter gegangen sind gerade bei der säuberungsaktion parkstruck hier ist okay nordstadt du meinst aber du meinst aber von wiener wie sagt fragte einfach nach ob da irgendjemand die von einer transportieren können weil sonst hautet echt ewig mit mit schweren zeugen steely feels machst du auch wieder zu bitte wie ist das passiert mein jung wirst du nicht warte einfach 10 sekunden ab na klar bin eventuell zu schnell ausgestiegen das denke ich auch deshalb hätte ich gesagt steig nicht wieder ein und geh einfach gleich direkt raus Tore können so einfach sein wollen wir kkp mitnehmen sag ich mal wo wir hinfahren na der ist in foundry steig in jetzt hier schnell ja warte wir kommen bauen die kippen gerade oben achso weil sonst habe ich nicht 99 sonst habe ich ach man hat ihr bisschen das togel aufgenommen jetzt bin ich überladen kann ich nicht laufen so kann losgehen das ist so schief gehen ich habe genau wie weit wir fahren können ich liebe dieses spiel muss ich ehrlich gestehen durch so ne augenblicke wenn es die lkw so los ist weil das ist auch nicht so was wurde kannst du es kannst auch scheitern so wie ne aber dann ist nicht gleich das ganze spiel verloren da werden wir vielleicht schießen wenn wir irgendwo gefolgt werden wir können ja weiter sich wo er sich fahren bisschen nicht aber da vorne ist der amerikaner die grüne ey ich wollte mich wieder für den fox holen ich wollte einfach ausladen oder was ich habe einen ich habe einen ich habe einen danke wir haben einige b-muts hier so können wir unsere position ein wenig mit fox holt und stach der erste ekw kaputt ist ich habe die kamera von links an die stunden ja jetzt take this hier ich packe motor auch raus ich habe keine raketen mehr da natürlich keine raketen mehr da der motorbock jetzt wir mal eben kurz mal zu tun wir fahren mal kurzer frauen sie tun weg steht ich bin gerade richtig bescheuert ich will das in den ecker wir packen was wollen wir machen was wollen wir machen äh nur kurz nach vorne fahren KKP einen packen und wir zurück fahren und dann ich brauche sowieso raketen warte mal ich habe die shades alle nicht aufgehoben ja ich gebe die Kierigong der kann ja die shades hier noch nehmen ok guys wir gehen zurück und kommen zurück in etwa 5 minuten mit mehr resources ich bin zum Beispiel aus dem wir holen die ich jetzt ab bin tot bin der fahrer 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 zurück nach 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 sander wo dann müssen wir sowieso hin ich brauche sagen wir sagen wir mal den ort noch mal wo wir hin müssen er ist gerade gestorben also falls wir einfach das andere wo die projekte also einfach die Strasse oder wir sind doch ja kein Discord wir sind doch auf unseren privaten Teamspeak ähm bevor ich dem Fuchs jetzt Discord beigebracht habe obwohl der hat ja schon Discord davon liegt noch eine Leiche oder hat er ein schönes Ball Seklin wo 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 Ach so, Ernst, was du auch machen kannst, ist den Sprit rausnehmen, wenn du den Koalitions-LKW stehen lässt, dann können sie den nicht wegfahren. Kann jeder wegfahren, wer soll den wegfahren? Na, ihr könnt den wegfahren, kann ihn jeder. Meinen nicht, ja. Doch, ich kann auch hinsteigen. Sag mal jetzt da ganz kurz genau, wo wir jetzt hin müssen. Was ist jetzt zu passen? Ja, ja, ich hol's erstmal Raketen, damit wir hier weiter schießen können. Dann können wir noch Mörserschellen holen, wenn wir schon mal bei sind. Am besten stehst du mal aus, nur so ein paar Mörserschellen noch mit ab. Der in der Fracht gerade. Mortarshells. KKP fragt gerade auf welchen Discord wir sind. Prinzipiell könnten wir auch in meinen Discord rumhängen. Hast du Discord eingerichtet, soweit, dass du da mit Push-to-Talk reden kannst? Ah, wir können nicht einfach wieder auf den Access-CS gerne im Zweifel. Wir können nur auf den Access-CSG-Water. Kommt auch mal auf den Access-CS? ich bin ich denn jetzt hier da andere games password das war nicht wie immer gleich wieder das kollektor gibt irgendwann hat mir mal erzählt es gibt den knopf teamspeak zur eigenen stelle verschieben besser kommt er war da wir jetzt auch wieder richtig viele baumaterialien hier durch tag wurde gekriegt wurden die ja weiß ich nicht hat mich gefahren oder so auf jeden fall hat er hier gerade ein lkw licht also das sind ja die die ich noch habe glaube ich ich habe die gar nicht ab der war in gar nicht du sie das sind unsere noch die raketen sind die fox holz erstaunlich ineffizienter ich habe gerade über zwei raketen von pro fox holt ja macht das nicht damit jetzt ist voll kannst du steigen ich muss auf jeden fall auch hinten loswerden weil ich habe kann so viele nicht haben mich bei dann nehme ich mal das hier raus so das noch raus moment hat wiegen die denn weg bin immer überladen kannst du mitnehmen ich habe schon ich bin auch voll einfach eine rakete zurück hab jetzt noch ein traumaket eingepackt so jetzt bin ich auf 99 prozent mit mit drei raketen im winter altens so wo müssen wir unseren jungschen jetzt abhören hier er meinte er ist in den zander in einer minute jetzt weiß ich bloß nicht das ist jetzt die frage da fahren wir mal hoch nach eigentlich müsste man die typung der fahr mal kurz die straße auf der sandro oder wieso heißt da im game we are doing a tiny detour we are picking up a friend ich habe noch 76 jetzt recht ja ich habe vorhin strutt aus dem hochkopf hier reingepackt überfahren die typen jetzt sein muss sander futter gesagt das macht mir ein bisschen sorgen ich hoffe er läuft nicht direkt auf der straße wir sind aber direkt im ort ist tja na nö da ist was es ist der falsche der hat ein stachelradio von süd aussieht hm ist nicht hier er könnte mir auch einfach in game wisper nö ich müsste ja nicht mal raustappen ich meine vielleicht ist er ja gleich vorne an der kreuzung er ist in der stadthalle was machst du denn in der stadthalle da ist doch keiner na gut ist kein problem hm ja wenn ich will der kann schon und auch mit na denn fahren wir mal kurz rinnen im sanderfurt vielleicht kommt er uns in den weissen entgegen small detour to pick up a friend ich stecke auch mal auf ganz offen wir müssen eh gleich raus was ist denn hier die stadthalle in sanderfurt da ist er ist er das hier ja satron ja hinten einsteigen mein jung ich hoffe jetzt nicht überladen hervorragend da müssen wir mal kurz noch mal in sanderfurt noch mal kurz pausen machen damit er sich auf resupply einstellen kann das ist der job des beifahrers naaa soll ich jetzt nichts noch einweisen beim einparken oder was eine pipi räusche machen ja das recht munition kann er sich von den live gleich greifen egal das spiel ist geil wirklich mag sowas das erinnert mich so schön wo ich das hier mal battlegrounds european battlegrounds gespielt habe wo dann mit diesen wo der dann wirklich mit 14 mann in so einem flugzeug sitzt und dann irgendwo fallschirmjägeraktion dann irgendwie kriegst du mal gut dann brauchst du wieso eine richtige gruppe der vertrauen kannst du irgendwie zeit hatten alles ja ich bin da eigentlich relativ entspannt weil es ist ja aber dieser pharmakos im betonbocker an er muss ja noch den respawn sitzen das schreiben wir gleich am besten noch mal dass die anderen das auch können ja oder sagen das kurz aufsteigen in den bunker rennen und respawn points setzen 1 zu dem ähm Concrete bunker und sette du respawn points da so otherwise du musst wieder von der wild runnen das macht er doch noch oder wann wall breach deliver explosive fear alles klar bisschen druck machen mit huben so du musst mich navigieren fahr erstmal niemand daran ich mach schon mal auf war was rum ist denn jetzt hier so ist egal wir müssen los guck mal nach dass er nichts rausnimmt da kann er nicht kann er nicht stimmt ja ich liebe koalitionsfahrzeuge ja da müssen wir hin da müssen wir hin nicht gestaltet ist ein auto aus hier nice das problem ist wenn ich natürlich sterbe wo ich also habe so muss man jetzt lang hier ich war jetzt einfach mal einmal einen großen bogen rum na hier würde ich jetzt nicht oder nee den haben wir schon verloren bisschen schade bisschen verlust ist immer ach sie ist ich bin jetzt auch bei den kerner und mich auch in der kondition merke ich gerade so und jetzt mal recht langsam runter das hat ja auch so das ist es ist ja aber nicht der leber so hat er hat erst ein fox hole also wir haben basic metz mit den separieren erstmal die mauer sehen da ist schlecht verteidigt ein bisschen mehr südwestlich ein bisschen mehr südwestlich da sind sie schon da sind sie schon koh mach es halt noch lauter hey hier ist der Mann nice Panzerdivision ok boys grab die Motor-Schläge und die Motor-Schläge aus der Stadt hohe knack die 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 estão I think it's done, isn't it? That's it. Time to rebuild, fellas. Grab your new hammers, grab the BMATs, let's rebuild. Do you have a hammer? There's a 99 around where I'm standing on. No hammer. I have a right hammer. Good job. Make sure you grab your BMATs, have a hammer and start smacking at that thing. Hang on, you gotta hate me first. There you go. No more mortar, no more mortar. Good job. So, KKB, that was our incredibly strong attack on the... ...and that's why we're making these things normal with 10,000 teams. That's not fake, you guys. They show everyone in the environment of the LKWs, the LKW driver has something to do. Dude. Okay, let's get it this way here. Target, Lizard, and here, who are you just walking by? Bravo. Can I get you guys to take some explosives? Also, go and take out any remaining enemy gates and replace them with their weapons. The walls are all attached. It's like, this is a command from here to the east now. East to southwest, east to southwest. East to southwest. East to southwest, you couldn't be able to repair the town from the top and then from the top. You can't even repair the town from the top. That's a really bad thing, right? Ich weiß nicht was wir schon kaputt geschlossen haben, aber ja, aber die haben ja auch nicht viel Zeit aufgebaut, das aufzubauen, wir sollen das auch aufbauen. Ja, das ist eine schlechte Versorgungssituation hier. Trotzdem, wir brauchen alle Dinge, um die hier zu gewinnen, ne? Na ja, wie gesagt, nach den nächsten, ich hab mir, wie gesagt, das nächste Update schon durchgelesen hier, also nicht Update, aber so Entwicklertagebuch, die wollen eine zusammenhängende Karte machen jetzt als nächstes. Das war dein Stichwort. Warten? Erst dein Truck. Was soll ich mit meinem Truck machen? Na, äh, Scrapmittel noch. Das ist wahrscheinlich alles dann. Wofür ich Scrap Metal? Ja, wenn das ist dein Truck, dann starte ich mit dem B-Mats und einfach sie hier raus. Hey, du Pagot! Trink mal die Traumkisten da noch weg, bitte, die da liegen, die Säcke. Hey Jason, du warst hier am längsten, wie sieht die Wälder? Wo sind die Enemige Gäste und wo sind die Wälde brechen? Das ist ja nicht die Taktik. Ja, fahr jetzt durch den Stacheldraht, wo ich nicht hinterher komme. Naaaah! Hochsp... Nach Dings fahren. Klare Anwesung, jawohl. Im Prinzip wäre es eigentlich besten, wenn andere Leute hier die Scheiße abbauen würden, wie einfach der Zeug noch von einem AHP-Karren. Oder du. Mhm. Ja. Andere Leute. Wer kann denn den Truck nicht fahren gerade? Ja, fahren kann ja jeder. Nur ausladen ist das schwierig. Kannst du das wirklich? Gucke nochmal hier. Ja, ich hab's gehört. Gucke nochmal an der Situation, ich muss meine Privilegien hier auch sichern. Ja. Ich bin jetzt auch in irgendeiner Koalition drinne. Kann ich denn eigentlich sehen, wo ich drinne? Ja, steht hinter deinem Namen F1. Na, ich bin ein Yankee drin, so wie das aussieht. Kannst du auch gleich mal wieder einen Punkt hier vergeben. Jo, kann ich. Genau, ich bin ein Yankee drin. Fuchs. Deine Kollision hat mich ganz allein gelassen. Oh. Heißt du aber auch nicht Dingenskirchen? Ja. Wir wohnen hier in Dingenskirchen, an der Ortschaft Dingenskirchen. Ein schöner Ort. Ja. Ich hab auch gedacht, dass die Verteilung ein bisschen länger dauert hier. Aber wir waren ja keiner hier. Das Problem ist, ich kann ja jetzt auch nicht ausmachen. Ich bin ja der LKW. Muss ich morgen auf Arbeit anrufen? Tut mir leid, Leute. Arbeiten ist nicht. Habe die Nachtschicht gehabt. Acht LKW-Fahrer müssen auch mal hier ihre Ruhezeiten einhalten, Stoßzeiten. Da kommst du mit deiner Fahrtenscheibe um die Ecke oder was? Ja. Lass ich mir hier von dem WO2 ausfüllen. Genau. Ah, ich kann ihn public machen. Hast du was für wir? Ist da noch ein weiterer Knopf oder was? Ist unser Transport. Make public. Mach ich jetzt, ja. Not authorized to do that. Ja, mach halt. Claim for coalition kann ich machen, zack. Und make public. Ah, jetzt ist er für alle. Zack, for coalition geclaimed. Ja, dann kann ich ja aus meiner rausgehen und dann müssen die anderen mich nochmal einladen. Okay, das Truck is now public. Use it as care. Ja. Ähm, wie hast du deine Koalition? Äh, Janky. Ich glaub Keratron ist da der Anführer. Keragon. Weil ich kann einfach ein Koalitionsschät schreiben. Fuchs ist schon in der Koalition. Mensch, das war ja easy. Oh man, jetzt muss ich wieder dröge. Dafür, dass wir heute noch nicht viel gebaut haben. Ja, vorhin aber Foxy war gut, aber auch relativ viel Actionball. Ich hab noch diesen dünnigen Raketenwerfer auf Tasche. Wir könnten das auch einfach frei den Job einen anderen machen lassen. Und dann gehen wir zu Thunder Road und machen da nochmal ein bisschen Balla Balla und gehen ins Bett. Ich muss das hier nur irgendjemand erklären. Guck mal, hier ist noch ein anderer Fahrer. Der soll den anderen LKW nehmen. Machst du das hier offen für alle, dass er fahren kann mit. Und die werden das ja hinkriegen, das zu verarbeiten und herzufahren. Rally hier heißt da Sammeln oder? Rally ist ein Sammelpunkt, ja. Was sieht das aus aus? Rally ist ein Sammeln. Rally ist ein Sammeln. Rally ist ein Sammeln. Oh nein. Dein Mikrofon ist schrecklich. Ich hab den Truck hier mal für die Koalition geclaimed. Ich wollte gerade fragen, ob Ina das Zeug hier mal wegfahren kann. Ja, das sind doch hier hoffentlich alle drin in der Gruppe, ja. Ich glaub übrigens, die bezeichnen dieses ABC alle als Heavy Tank, wenn ich das hier richtig deute. Schlimmes, es gibt hier keine Verarbeitungswerkstatt, deshalb haben die auch hier nichts aufgebaut. Ja, das meinte er. Da hat er vorhin gesagt, wir haben alles hier, wir haben ein Scrap-Modell, wir haben... Oh, ich glaube, wir haben keinen Manufaktur hier. Und die sind nämlich nicht hergekommen, weil wir Thunder haben und da gibt es keine Straßenverbindung, wo die zu den Sand wie konnten, außer über das Wasser durch den Wald. Ist das jetzt zum Rallye-Punkt jetzt alles? Nö, ich hab nur mit einer Raketenwärmung. Ich sag, mach den mal öffentlich und dann soll den irgendeiner da fahren und das hier machen. Warte, ich guck mal, ob hier noch irgendwelche Foxholtz oder irgendwelchen anderen Spaß rumsteht, wenn man kaputt machen kann. Ich hab den Raketenwerfer hier noch und die würden die eigentlich gerne benutzen. Aber es sieht nicht so aus, die Wände sind anscheinend immer noch unsere. Wir wissen nicht, ob das hier die höchste Wichtigkeit hat, den Punkt dazu zu retten, weil im Prinzip hier ist alle Zugänge hier eigentlich sind uns. Und das ist die taktische Wichtigkeit. Gut, dann fahre ich das Ding selber schnell hin, ist okay, wandte ich das um, alle zufrieden. Und hier kannst du übrigens auch direkt rausfahren, also den Haupteingang rausfahren, hier ist schon keine Tore mehr. Mich direkt einpacken am besten. So, alles einsteigen, wer mitfahren möchte. Naja, hier, Karagun fügt gerade eine kleine Drei-Mann-Truppe an, die anscheinend wurde hier gerade über so ein Scout-Tower zerstört. Ich muss eigentlich immer wieder der Hauptstraße folgen, ich los mit meinen Roboter daher. Ich verfahren, ich verfahren. Wir haben jetzt russische Musik in unserem Auto. Was? Irgendeiner sendet hier seine Kaka-Linker Musik, ist eigentlich ganz anders. Wo fahre ich jetzt hier lang nach? Wo fahre ich denn hin? Nach Hermit? Hermit Rest? Das ist ja. Das ist der Kaka-Linker. Der Windows-Inste. Der Kaka-Linker. I only drive through manufacturing. Wolltest ihr natürlich sprechen? Wolltest ihr natürlich nicht sprechen? Wolltest du irgendwie sprechen, du hast genug gesprochen, dass er nicht. Ich habe glaube ich meine Finger nicht im Griff gehabt. Die Griffe. Die Pfoten. Kerl-Eugum versucht etwas zu irgendwie so süß aussieht. Ach, Halftracks oder HT heißen? Wenn wir die Leute hier sind, dann wird es ein großer, hartes Pusher auf ihn. Und wir brauchen noch eine Rocket Launcher? Wir haben einen Truck. Ich werde uns einen Truck bekommen. Es wäre besser, wenn wir auf Fuß gehen. Ich kann mich für Fuchs zu kommen, wenn er bereit ist. Was ist das, sorry? Fuchs, der Fahrer der Truck, wir hatten vorher. Er geht jetzt nach Hermit West. Grab all das Material, bitte. Ich kann ihn fragen. Grab das Material. Ja, bitte, sag ihm einfach, dass die Süd-Route kommen, die nicht von Ass-Cross-Route kommen. Er wird aus dem Weg genommen. Nein, kein Problem. Wir haben ein großes Problem hier. Wir waren vor Hermit. War ein Hinterhalt aufgebaut. Ich bin nicht reingefahren. LKW ist kaputt. Ich habe gerade gehört, dass Chiracus gestorben ist. Der ist nicht aufgebaut. Ich habe nur die Details. Ich habe nur die Details. Ich habe einfach gehört, er kam von Ad's Road. Lass mich das mal umschauen. Das ist rot, was sagt er denn? Was meint er denn? Ich habe keine Ahnung, welche Scheiß-Straße. Das war's ihr meinen, ne? Wie viele unserer Spieler sprechen eigentlich Englisch? Kannst du mich nicht abholen, ne? Haha, nein. Ja, okay. Ich meine, ich könnte auch perfekt Deutsch sprechen, aber niemand würde das verstehen. Ich würde definitiv nicht. Ich würde nur ein Wort oder zwei holen. Ich weiß nicht, wo die Halbzeit ist. Wir haben viele Leute hier, komm hier, Leute. Alle, komm hier. Oder ist er auch schon wieder abhanden gekommen? Ne, ich habe jetzt nur noch Toiletron hier. Satro hat gesagt, ich soll irgendwie fahren. Er hat alles richtig gemacht, sonst wäre er gestorben. Ich laufe jetzt hier zu diesem einen blauen Punkt, der hier an diesem See ist. Ähm, dann laden wir da alles aus an Scrap. Weil den ganzen anderen Weg schaffen wir sonst nicht. Und dann ist der Scrap wenigstens nicht verloren. Rekurt grad von Carragorn hier anscheinend rekrutiert. Was? Ark? Steff, was hast du denn? Hast du schon den Hots verloren? Hat dich Darkos wieder geärgert? Was ist passiert? Was lastet auf deiner armen kleinen Seele? Habe ich dir immer noch eine Rakete bei? Ah! Ein bisschen Stockpile, ein bisschen Stockpile, zack. Äh... Wir brauchen sie. Ein schönes Landscape. Machst du grad den Toiletron? Hm. Warum hörst du das eigentlich? Weil du gleichzeitig im TeamSpeak und dem Dings redest anscheinend. Nein, dass du eigentlich nicht. Nur weil ich mein, nur weil mein Gehirn sagt. Drücke Taste, drücke doch nicht alle Tasten. Gehirn? Was ist das relativ einfach? Reden ist bei mir auf, äh... auf meiner Maustaste, also im TeamSpeak und das andere Reden ist halt auf Tee. Was ist wirklich? Ich hab sogar noch ne Gasmaske. Schön. So, was sind jetzt die Cargo-Truge? So, was sind jetzt die Cargo-Truge? Wer habe ich zurückgelassen, in Sentry? Ich hab mich zurückgelassen, in Sentry. Was ist der Test? You tested the artillery. See? Why? Okay, wir haben 18 Bautscher-Rounds in diesem. Ah, I'm free. Ich muss mein kleiner Gehilfe hin. Weg. So, ich hab alles abgeladen, das liegt jetzt hier und im Bunker ist es wesentlich verloren. Anyone else wants to take the RPG, it's really heavy. Ah, weiter Weg beginnt. Ja, das hat mir der andere Typ auch schon erzählt. Das hat mir kleiner Ungarn erzählt, dass ihr auf keinen Fall von Atzin nach Dings fahren sollt. Kein Fall in Kontakt, ich weiß nicht was passiert ist. Vlad's got the Revival Kit, just make sure everyone else got a Med Kit, too. Hm, hat's halt Atzin Foundry. I hope no one objects to this. Hahaha Oh, now he's just gonna start team killing. Well, I hope you learnt his lesson. See? I hate you, fuck America. I guess we're just gonna have to make a pusher of what we got. That would include me being American, which I'm not. Alright, let me get around north here. But team killing is cool, man. Where are you? Well, he's still alive, right? So, it was not team killing. Burnout? What? I'm trying to get your spawn set here, let's start. Where are you? Hey, we're back in Thunder Road. Nah, Dings, Keragund fütte him and shenke right the Angriff at. I'm in Thunder Food. Yeah, come just south. Then we have a couple more, what happened then? There we go. So, are you going to go down or what? First of all, first of all? No, yeah. Are you over in Thunder? I hope you can heal me. Are you over in Thunder? Are you over in Thunder? Maybe. Maybe you want to drop some stuff, so we can carry it over here. It was just a tower in the middle of the thing. It was wrong. From my direction, I couldn't see that it wasn't ours. I wanted to go out and do it. Then he already started shooting on the LKW. Yeah, you're in Thunder Food? The colonies just have taken Thunder Food. I'm going to go back. I'm going to get back. I'm going to come here. One man army. The one man army. The Fust is not Fuchs. Can you tell me that the two of us were over and ran over and ran over and ran? Oh, wait, wait, wait. Three nicks. Oh, you're okay. Bleib here stehen. Uh, I have won, we had the Gatshers of the D.A. The Karras had some luck on level 5 brought. That's a lot of trouble. So, we need to get some material. So, do I have to get some material here? I'll have to get some of the weapons. Ich weiß nicht, reicht eigentlich, wenn du... Hast du ne Waffe bei? Ja, hast du doch. Ich hab ne MP und ein Magazin und ein Fernglas. Nicht zu verbinden, das ist... Der Rest findet sich an der Front. Oh, hallo Resiwi. Resiwi, Resiwi, Resiwi. So, sag ich den anderen, bitte auch gleich. Wie geht's da oben, Leute? Häng mal, wir werden alle hier erst holen. Okay, lasst uns das. Ah, da sind wir viele. Einmal mehr. Ja, fang ein bisschen, als du gehst. Let's get more to the east here, fellas. Let's get more away from that area. Wie der Whisky. Ich würd diesen Rettertypen erstmal muten, der ist total anstrengend. In the east, enemy, one. Alone, pistol. Ah, er guckt auch mit Fanglas. Keep going north, fellas. Ich lasse euch wissen, wenn ich Sachen auf Binox sehe. Fan hier in der Linie, bitte. Nicht alles so. Ich glaub, das nennt man Spacing, wenn man weit auseinander steht. Und nicht so wie ihr, der Ratte tritt. Ich gucke. Ja, das lernt man eigentlich im Vietnamkrieg. What? Für zivisch im Vietnamkrieg? Das heißt, alle sollten hatten, brauchen wir einen Vietnamkrieg, sonst kann man das nicht lernen? Alle nach Vietnam soll das heißen. Urlaub machen. Ist kein Krieg mehr. Bisschen wie Reisfäder sieht's hier aus. Nein, ich nicht. Fehlt eigentlich nur noch ne MG, was sonst jetzt nicht damit. Guys, Spacing! Einer öffnet das Feuer auf dem Foxhole, warum auch immer? Da vorne ist, oder? Da ist einer. Das ist unser Foxhole, was? Siehst du was? Der hört mich ja, wenn ich rede, ne? Ja. Um, enemy... Our gate's still up. They've got a Foxhole in the head though. Let's pick that Foxhole out. Hold up. Go ahead and get that Foxhole. Enemy on the script. It's done. Ah, the gate is still open. There's only one Foxhole in the inside, behind the gate. There's another one inside the gate. There's another one inside the gate. There's another one inside the gate. Kannst du noch mal an 2 dran kommen? Ich bin nicht alleine. APC auf. Die gleiche ist leer hier mit dem Motor. Nö, der hat nichts mehr bei. Schaffst du das eigentlich gut für den Motor? Die bauen auf jeden Fall bei den Sklubs das ab, das hört man hämmern wenn man hinguckt. Eine zwei Leute in der Motor. In der Norden. Die andere Menschen. Da ist ein Bänder hinter dem Tor. Da ist ein Gott hinter dem Betrug. Ich habe viele Leute hier hinter dem Holz. Wenn ich das öffne, dann wird es alles verdammt. Also, lass uns das erst mal runter. Ich habe einen F-Grenade. Enemy APC behind the gate. Ja, das ist eine halftrack. Haben wir einen RPG? Schau nach Nord, schau nach. Komm mit mir. Schau aus dem Bereich. Er kommt Nord. Geh auf dem Weg. Da ist es auch schon. Du schießt da noch, das ist auch schlecht. Ja, ja. Kannst aber auch noch einschießen. Er hat keine F-Grenade, schau ihn. Ja, guter Job, guter Job, fellas. Exzellente Arbeit, keep pushing in now. Damit das ist weg. Ihr habt schon mal einen Millimeter. Ich habe Bandagen gefunden. Nein. Hast du noch Munition? Jo. Ich habe eine Gastronomie. Soll ich das Ding auch zerstören? Im Ort ist noch ein Foxhole und sowas. Ja, mach doch mal kaputt auf jeden Fall. Ich verstehe ihn so schlecht. Geht eigentlich. Da baut einer im Bunker jetzt auf den... Ah, Faust macht das. Da kommen drei Leute jetzt zum Haupttor. Da ist ein Foxhole. Ich nehme das. Da ist ein Foxhole. Oh, es ist weg. Da ist nur ein Foxhole. Da ist nur ein Foxhole. Oh, es ist weg. All right, es ist weg. Let's go, Leute. Good work. Keep Fush covered here, Leute. Let's move it. Hmm, lecker. Um, on this co-ops are basic materials for at least two Foxholes. South. South. South by the building. Is there someone with a Trauma kit? Right on the corner of the building. The medic is down. Good job. Someone can medic burn out, please. Left side, left side, west. West. North. North side. Yes, two contacts on the north. Two contacts north of the boulder. Flanking east right now. Ah, der will geklapp in den Trauma kit hier. Na ja. Mann, 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 Mann. Was mir noch fehlt sind mobile Spawnpoints. Hm, dann kannst du Baracken bauen. Ja, aber ich weiß nicht. Wie ist es limitiert? Wo du vielleicht noch 10 mal aufs Bauchstabon kannst. Aber du willst halt so einen APC. Wie noch einen anderen spüren. Oder vielleicht so ein mobile Outforce. Dass du so einen Truck irgendwie ausklappen könntest. Kommt vielleicht noch, wie gesagt, Prä-Alpha, Digga. Ja, ich hätte immer gerne mehr. Ich renne auf jeden Fall nochmal an. Zum Glück ist Sunderfut ja nicht so weit weg. Ich bin ja richtig dumm gestorben. Wie immer eigentlich. Weil wieder keiner ein Traumakit bei dir hat. Ich habe versucht, wieder ein First Aid-Kit aufzupeppeln. So, zack. Brauche ich hier noch irgendwas? Maution, Hammer, Midi-Pack. Kap 1, Alter. Dann los. Zack. Ich bin unterwegs. Wie läuft es da vorne? Nicht gut. Ich bin alleine. Halb wieder da. Jetzt hat der eine Explosive, schreibt er jetzt. Und warum möchte ich den hier noch? Das ist ja halb da. Jetzt so ein Transporter. Das wird... Sunderfut. Ich brauche das erste Masse. Bist hier direkt da? Ja. Da, Rackwut. Kommt hier was anderes. Ach ja. Boah, da warst du ja... Boah, da warst du ja... Oh, nee. Sag jetzt, nicht da vorne ist... Na gut, komm mal vorbei. Ja, ich bin jetzt wieder da. Die gehen mit nur Leichen. Wo sind die Leute hin? Wir sind alle links nach links. Okay. Oh, was ist denn das? Die kommen gerade... Ja, da kommen gerade neue von hinten. Oh, scheiße. Okay, wir nehmen mal den P-Mit. Enemy is behind. Scheiße, das ist hier so. Zack. Wenn er nachlegt, kann er nicht die... Oh, Mann. Das kann ja dauern, bis ich da bin. Jetzt muss ich wieder anrennen. So, respawning at gold. Ja, tatsächlich. Ja, das wird wahrscheinlich sein, ja. Hit gold ist respawning. Mit was denn? Mit welchen Truppen sollen wir das denn hitten? Haben wir doch nichts. Äh... Jetzt so ein halftrack, das wird. Jo. Jo. Ja. Das war's für heute. Da ist eine Munition da dran. Jawohl. Zack, nachgeladen. Ich merke schon, es wird eine Nacht um mit wenig Schlaf. Ich mach hierbei jetzt Schluss. Ich zieh das hier durch. Ich bin jetzt wieder am Haupteingang, so grad hier irgendwie... Ist alles tot, ja. Ist denn das? Er kam mit seiner Pistole locker easy weg und von mir kommt nichts an, oder was? WTF? Gut, dass ich aufgeregt, jetzt kann ich gleich nochmal gucken, wie du stirbst. Ich loote, ich loote, sagt er. Alles ist okay, ich loote. Das ist nämlich in der Linie, ich wies kaputt auch in der Arsch. Boah, aber was für ein Kampf. Vielleicht darf man das nicht durchgedrückt halten, wie bei ganz normalen Shootern mit so einer Waffe. Das habe ich bei den Gegnern davor versucht, da ich einzuschissen gemacht, aber das Ding ist... Das, der fängt nicht sofort... Ach, hier sind wir wieder. Oh, hi there guys, you are all dead? Ich bin jetzt wieder da dran an dem Ding. Ich bin jetzt wieder da dran an dem Ding. Ich bin wieder alle hier, die Burschen. Ich bin wieder an der Siedlung. Ich bin jetzt wieder an der Siedlung. Ich kann die Falle mit Tummi-Tummi-Tummi baut. Aaaaaaah Also, Wir werden jetzt hier an der Siedlung von Thunderfoot gestalten. Und dann haben wir die Rest der Leute, die sich hier an der Siedlung befinden. Also, Karagorn rennt wieder los mit seiner Bande. Na ja, wir halten hier die Stellung. ________... ...dass sie nicht looten können Mogo denn mal eine Gasknorenladung discover ich lass die mich alleine... N's Das ist schlimm. Get a medic. Make a wonder as we're in sun before head off for the night. Wir rennen jetzt schon mal nach Golden Ranch, so wie es aussieht. Wer ist er hier? Nichts. Nach Golden Ranch? Was ist denn da los? Gegenangriff, die alle rüber rennen von Golden Ranch nach Dings hier. Wer hat hier auch schon viel wert, wenn wir ein paar Foxhulls an den Engern aufstellen würden. Wo bist du gerade? Äh, Kämpfer, die werfen hier die ganze Zeit Rauch. Äh, Giftgas, aber ich bin immun. Oh, was? Was ist das? Ich renne Ewigkeiten weg, Nisch trifft, Nisch trifft, denn auf einmal bop 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 tot. Ganz ruhig. Ich komme ja nicht mehr zu diesem scheiß Ort hin. Ich bin zum dritten Mal angerannt und nicht sterben. Wo, wo, wo sind sie jetzt hin? Nach dem Haupteingang sind sie gerade. Ach, du bist auch richtig schön. Wollen Sie einen Route Ranch, ja? Alles klar. Ich bin gerade wieder nach Thunderfurt, weil ich wollte da am Eingang ein bisschen rumcampen. Das passt zu dir. Kämpen wir auch sowas von. Könnte ich auch gleich ein Digit MG hier mitnehmen. Nehme ich ihn jetzt mit? Ja, nehm ich ihn mal. Ich nehme mal ein Gewehr mit. Das findet sich schon. Neh mal grüne Asche hier mit. Und ich habe gerade drei, vier grüne Asche ausgelöst beim Feind. Hat er mal eine Gasmaske auf. Na, ob die Gasmasken haben wir nie im Moment halt. Ach, ich wollte doch gerade eh einen Werfen haben. Ja, ich habe auch gesammelt. Da steht sowas auch her. Ja. Kampfgase? Da können wir auch nicht erklären. Da bremst du nicht. Ich meine, hast du schon Masken her? Stetig nicht. Ach so, Masken. Nö, nö, nö. So. Golden Route Ranch. Da kommen wir doch an unseren Dings vorbei. An unserem Platz. Quasi schon, ne? Da hat er ja keine Milikäte. Sonst hast du bei. Hm. Ich sag, findet sich doch alles vorne an der Front. Na, gehst du jetzt nach Golden Route oder Dings? Einer darfst du ja. Öff. Zack. Naja, jetzt nach links hier nach Golden. Links hier wo links ist Keragon. Ja, was du mir gesagt hast, wenn er da gehen will. Na, einen Foxhubel könnte ich mir machen, ne? Die Kettenmacher sind zu schwer. Hier ist der Stein. Der magische. Hier ist das Loch in der Wand. Das magische. Ja. Sind sie zu dem einen gegangen, wo wir auch immer Eingang waren? Ich glaube schon. Na, die sagte mir irgendwo Stress machen. Bewegung links. Ich weiß nicht, was das war. Hm, Darkwood. Einer von uns. Zieht ab. Ach ja, hier stand man Foxhubel. Mein Stacheldraht ist immer noch da. Ähm. Kein Dipsy. Na gut, dass hier so ein cooler Stacheldraht ist. Bist du auch tot? Ja, selbstverständlich. Ich bin in deinem Stacheldraht gelaufen. Vor Schreck. Ich hab doch gesagt, gut, dass ich den Stacheldraht verlegt habe. War eine super Idee. Ich kann mir das sogar noch mal in der Wiederholung angucken. Ich überlegte, was ich tue. Alles klar. Und du hast doch einen Raketenwerfer beigehabt. Nein, hatte ich nicht. Ach so. Das machen wir jetzt bei den Raketenwerfer. Ich hab gesagt, das wäre wunderbar gewesen, wenn wir mal Eingang gehabt hätten. Sie sagt, Raketen sind auch immer so schwer. Und dann sind wir durch die Mauer gegangen. Wir sind sie ja auch. Na ja, ich dachte, das impliziert, dass du welche bei hast. Nee. Aber ich nehme jetzt nur noch ein Magazin mit. Das muss reichen. Ich gönne mir jetzt... Nimm mal ein paar Raketen machen mit. Auf jeden Fall, dass wir doch noch überleben würden. Ich gönne mir jetzt mal harten Revolver und dazu noch das andere Zeug. Nein. Zwei Scheldzeichen. Wir haben nur noch sieben drinnen. Mehr brauchen wir nicht. Entweder wir knacken das APC oder das Bleib. Raketen bauen dauert leider ewig. Räume blockiert. Nehmen wir nicht. In der Yankee. Ja, aber wir gehen noch mal nach Sander von hier. Hier, es gibt auch noch nie von Sander. Da haben wir noch ein paar Fechter. Ja, wir machen hier gerade auch Kampfe. Es ändert sich. Es ändert sich. Es ändert sich. Es ändert sich dem Abend. Ich gehe mal in den falschen Tor raus. So, ich habe jetzt viele Raketen. Muss reichen. Die Mini-Pack hier nischt. Ne, ist auch richtig. Und ein Revolver mit Eimer nochmal. Dafür sind wir nicht gut genug, dass wir uns so eine Sache mitnehmen können. Wenn wir so 30-0 raus sehen würden, ja. Ja. Ja, zum Beispiel. Er hat es irgendwie auch übertrieben. Ach, weißt du, so ein kleines Taschenheim-Gear ist, äh, brauchen wir nicht? Run, 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 run. Der Pinel der Raketen war so schwer. Genau diese Worte hast du auch gesagt. Dann sind wir durch die Mauer gegangen und wurden vom APC getötet. Ich wette, du hattest wirklich, hattest einen bei. Nein, hatte ich wirklich nicht. Jetzt, hier müssen wir nicht lange mal links. Hast du einen Medic bei? Nee. Natürlich nicht. My body is over the ocean. Alles klar. Oh, der ist schon vorbei, hab der Typ. Aber ist kurz Panik gekriegt von dem APC? oder so immer jetzt wieder nach sandalig sein der rest ist gerade hat die abgelenkt ist an allerdings noch keine ahnung kann man gehen aber ich bin cool die wir uns jetzt einfach die schuss wechsel mit ein revolver mit zwölf du wirst doch eine waffe aufheben können von bohren hier ans gehabt sind sie am arbeiten wenn man manchmal wenn man ganz schnell guckt irgendwie denn dann leuchtet das trotzdem noch so rot durch der drüge kam drüge kagor hat karek und pizot getötet ich höre ich gekickt ist das den hier trock naja hier fährt auch was das ist ein revolver auch mann fick kann ich kenne das gibt es doch nicht schießt uns rück ja ich hab heute nicht mit raketen auf den typen haben wollte wechsel der hatten vor da ist ja was du nimmst keine schweren waffen mehr bis du dich bewiesen hast kristin die pistole hätte nicht mehr durch ruf wieder liegt doch jeder da aber keine moni ist denn der revolver so stark bitte das wusste ich nicht dass der zuschott ist weil ich habe hier nämlich einmal getroffen und er hat dann einfach weiter geschossen auf mich und dann hatte ich auch noch eigentlich haben wir nur einen einzigen eis gehabt jetzt renne ich erstmal nach vorne mit einer richtigen ausrüstung und guck mal ob ich das ding noch retten kann das war wir waren direkt am tor oder mal schüttet die kreppi da haben wir jetzt hier alle eine grüne asche ach quatsch karek und fragte wo er golden hinten wollen ohne up on that gun wo sind die trucks who use these or is he's still locked can't we unlock them with her wrench got one's mine I can take you in it oh perfect let's get some explosives load it up on this thing let's get rid of all the stuff that's in it here bring it over to the box and let's get rid of what's in it we're gonna load it up Welche Box ist denn eigentlich überhaupt hier? Aber nun schrei ich mir in den Kriegsberichterstattung. Welche Box ist das? Kannst du ihn zur FOB bringen? Oh man! Da zieht sich jetzt der Edelentier. Scheiße, es ist schon um eins, was ist denn hier los? Ich sollte aufhören dieses Spiel zu spielen. Das dauert mal viel zu lange, bis hier immer eine Runde vorbei ist. Okay, ich werde jetzt noch ein Mortar in das Ding hier. Was ist denn die Mortar? Oh, wir haben 60 hier. Oh shit. Oh shit. Ich kann es nicht so sehen, was wir haben. Ich glaube, dass wir das nur versuchen können. Wir müssen damit ein Verbrechen nicht aufhören. Also ich sage, wir gehen zu Thunder Torx, Entschuldigung, Hads und Foundry und das für jetzt halten. Also ein Stück weiter draußen schon. Diesen dämlichen Klappspartner noch nicht wegwerfen kann, die brauche ich nie. Du hast anderthalb Runden gefahren? Naja, das ist... Jut, ich bin jetzt bei 3,8, also das ist... Durch Leute erschießen lernt man eigentlich immer am meisten. Whisper? Was? Warum das in dieser... Achso, weil ich dann immer so hatte. Bist du? Ähm, ich kann mal wieder verlaufen, weil er das falsche Tor genutzt. Ich glaube übrigens ein... Ja... Na, glaube ich doch nicht. Kommen wir nicht noch, bis hier was kommt? Mal kam hier so eine Wand, das wissen wir noch. Das Problem ist halt, dass die Logistik zum Zuschauen mega langweilig ist, ne? Das ist das Problem. Deswegen streame ich eigentlich ungern Logistik-Wands. Ist das lustig, wenn man einmal von A nach B fährt? Gibt der Typ schon über den Skept'n Sand? Kommt man eigentlich Thunderfurt von unten irgendwo vielleicht noch rein? Weiß nicht, die Wände waren überall ziemlich kaputt. Kann man ja mal gucken. Wäre auch was, ne? Wenn man mal heimlich einfach mal an der Seite noch ein Dings verbaut. Ein Tor, was die nicht gleich als Tor identifizieren. Hier ist einer von uns. Noch mal ein bisschen hoher laufen und so. Jetzt. Na, jetzt nach oben. Ich hätte scheiß ein Dunkel hier. Geht das uns? Naja. Fogshole conflag nhưng, ich glaub ich, aktiv geschossen. Da rechts liegt ne Leiche. War ne Feindleiche. Naja, schief war das. Oh, f***! Sorry, 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 wir sind jetzt Freundlich! Ich blute Ich blute Sorry Oh mein Oh Friendly ruft da Sag doch das Bist du lieber auf den Typen hier, der hat alles bei Dann nimm dir was mit, ich hab Ja komm von oben, komm Kommen Gegner von oben Können die hier durch irgendwie? Ich glaub nicht, ich such grad ob irgendjemand vielleicht Granaten auf Tasche hat Ja das ist okay Smoke macht nur Rauch ne Hm Nehmen wir doch nur die MP mit, das klingt irgendwie ganz Trotzdem auch über Flanken, vielleicht kriegen sie Angst Ja der MP te ich auch gerne aber na gut Hatte die einen Leich nicht nur der MP seht, ich hab auf jeden Fall die noch mit Mission für 2 bei Ja Mal gucken Hast du grad die Rockanade geworben? Hm Ne Hier ist ein Revolver entfernen Nice Ist ein MG Ah MP Munition brauchst wahrscheinlich auch noch, oder? Wär cool Warte das war alle Da Zwei Stacks Dankeschön Dankeschön Na gucken wir mal wie wir überhaupt weiterkommen, wahrscheinlich ist hier überall Wand Oder Foxholt Guck mal Ja die Wände gehören eigentlich uns Müssen wir ein Tor sein Ich muss den Fox nicht abreißen Ne Muss nur ein Tor sein So ne Sneaky Sneaky Ich glaub das ist der Schieftype Ich glaub das ist der Schieftype Rechts ist ein Foxholt Nicht Alter Warte ich hab Rauch Ich hab Rauch Meinst du der Tief gegen Foxholt Der hat schnell rein rein oder was? Na da ist aber noch eins wenn du das Tor machst Mach mal Tor zu Du Du Das war nicht so schwer Es macht das glaube ich Ja da sind drei Stück Ich hab nur das Ich hab nur das Winkel gesehen Dachte ich wär Vielen Dank.